Eins und Null. Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier zur Verleihung des Bundespreises Umwelt und Bauen. Und ja, zu Zeiten von Corona ist irgendwie alles ein bisschen anders. Ich begrüße erst mal alle hier Anwesenden, die mit korrektem Abstand vor mir sitzen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie ein Steward im Flugzeug. Die Passagiere haben sich jetzt angeschnallt, sitzen in großem Abstand in dem Fall. Und das ist ein anderes Gefühl. Aber ich finde es irgendwie schön, dass wir trotz dieser ganzen Thematik, trotz Corona hier dann doch zusammenkommen können und so eine Preisverleihung durchführen können. Und jetzt begrüße ich Sie natürlich auch ganz herzlich an den Bildschirmen. Und da, wie ich weiß, sind ja jetzt Tausende, Zehntausende von Menschen und jubeln dieser Veranstaltung und dieser Preisverleihung gleich zu. Ich freue mich sehr, dass ich auch hier selber heute anwesend sein darf, diese Veranstaltung moderieren darf. Denn das sind hochinteressante Themen, mit denen wir uns beschäftigen, bauen. Das ist eine durchaus große Schlüsselrolle, auch im Umgang mit meinem Thema, mit dem Thema Klima, Klimawandel. Weil ganz viel, was wir da transformieren, hat ja damit zu tun, dass wir diesem Thema Klimawandel irgendwie sinnvoll begegnen wollen. Was wäre jetzt eigentlich, wenn wir Corona nicht hätten? Worüber hätten wir in diesem Jahr 2020 fast ausschließlich diskutiert? Wir hätten fast ausschließlich wieder, wie in den Jahren 2018 und 2019, über den Klimawandel diskutiert, über das extreme Wetter. Das tun wir jetzt auch, aber natürlich immer ein bisschen unter dem Deckmantel von Corona, was natürlich ist und auch logisch ist. Aber die Intensität der Veränderungen, die wir im Moment in der Atmosphäre bemerken, 2018 ging es im Grunde los. Die große Dürre, die wir hatten in dem Jahr monatelang. 2019 im Juli die Hitzewelle, 60 Wetterstationen, über 40 Grad im Schatten. Dann 2020, viele, sehr viel zu trockene Monate. Jetzt in der letzten Woche mal tatsächlich ordentlich Niederschlagsnachschub. Auch hier in Berlin, da hat man sich auch gefreut, es wurde mal nass. Wobei das für Böden auch ganz schön schwer ist, wenn es lange sehr trocken ist und dann ganz viel Regen drauf fällt. Dann kommt das Wasser einfach nicht vernünftig in den Boden, dann schwimmt es oben oder schwemmt sogar gute Teile des Bodens weg. Also extremes Wetter in Form großer Dürre und dann anschließend von Starkregen, das ist nichts, was uns irgendwie hilft. Das heißt, wir spüren derzeit, auch wenn wir nach Australien geguckt haben, im letzten, für uns hier, Winter, für die dort Sommer, nochmal die Waldbrände in Erinnerung rufen. Eine Milliarde Tiere sind dem mutmaßlich zum Opfer gefallen. Zahlen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Dann jetzt die Waldbrände in Kalifornien. An der Barentssee, da hatten wir im Juni Temperaturen, also Barentssee, Nordmeer, nachts Polarlicht, manchmal, also nicht im Sommer und vor allen Dingen Polarnacht. Das sind Regionen, wo die Leute im Sommer bei 15, 16 Grad, also kaum noch Kleidung anhaben, weil es sehr heiß ist gefühlt. Die hatten dort in diesem Juni 35 Grad. Temperaturen, die da noch nie vorgekommen sind. Das wäre so, als hätten wir in Berlin 47 Grad. Also, wir spüren extremeres Wetter. Der Klimawandel wird ein Stück weit für uns haptisch. Und wir Menschen, wir sind Lebewesen, die immer dann reagieren, wenn etwas haptisch wird. Und das ist genau das Problem. Beim Thema Klimawandel ist das dann schon sehr, sehr spät. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause so aussieht. Also, es geht mich auch nichts an. Aber bei uns zu Hause ist es so, also es ist sehr sauber da eigentlich, aber es kann durchaus passieren, dass zum Beispiel Zeitungen mal länger an einer Stelle verbleiben. Also, man hat da auf so einem Stuhl dann gar nicht so richtig nachgeguckt und dann sehe ich plötzlich so eine Zeitung und sage zu meiner Frau, ach, guck mal, hier liegt ja noch irgendwie eine Zeitung, Datum, ach, 1989, 1990 liegt ja schon länger. Und dann gucke ich da rein, was da steht und dann kann ich sehen, da standen Dinge zum Klimawandel von der Wissenschaft drin, die wir im Grunde genommen genau heute erleben. Wenn wir so wollen, wissen wir die Dinge, die sich jetzt da tun seit 30, 40 Jahren, ziemlich präzise. Die Wissenschaft hat uns das letztendlich gezeigt. Und dadurch, dass wir lange nicht reagiert haben, sind wir jetzt natürlich ganz schön spät dran mit dieser Thematik. Wir Menschen sind ungeeignet, auf solche Mitteltemperaturen zu reagieren. Wir nehmen das Extremwetter wahr, wir nehmen die Haptik wahr, wir nehmen das Ungewöhnliche wahr. Eine Mitteltemperatur, die um 1,5 oder vielleicht Ende des Jahrhunderts um 4 Grad steigen wird. Da sagen immer noch viele, naja, 4 Grad, also ob es morgens jetzt 13 oder 17 Grad ist, das ist mir doch noch gerade egal. Und 17 ist sowieso schöner. Vorsicht, globale Mitteltemperatur ist was anderes und das kann man wahnsinnig gut sehen, wenn man einfach mal zurückguckt. Also wenn wir denken, das ist in den nächsten 100 Jahren, wenn wir wenig für den Klimaschutz tun, 4 Grad wärmer wird global. Dann gucken wir einfach mal 11.000 Jahre zurück. Vor 11.000 Jahren, da war die Temperatur im Mittel am Ende der Eiszeit 4 Grad global unter der heutigen, also auch 4 Grad. Aber eine 4 Grad kältere Welt, das ist eine ganz, ganz andere Welt als die heutige Welt. Eine 4 Grad kältere Welt bedeutet, Sie haben gar keine Alpen. Alle Alpentäler sind mit Eis aufgefüllt, die Alpen sind ein einziger riesiger Eisgugelhupf. Berlin, hier sind wir gerade, wir hätten 500 Meter dickes Eis über uns. Das ist eine 4 Grad kältere Welt. 2, 3 Kilometer dickes Eis in Skandinavien, anderthalb Kilometer dickes Eis über Boston, über New York und solchen Städten. Also 4 Grad Abweichung von der heutigen Welt ist eine ganz andere Welt. Und wenn eine 4 Grad kältere Welt eine ganz andere ist als die heutige, dann ist logischerweise eine 4 Grad wärmere Welt ebenso eine ganz, ganz andere Welt als die heutige. Nur, dass diese Veränderung jetzt in möglicher Weise, wenn wir nichts tun, wir schicken uns ja an, wir wollen was tun, möglicherweise in 100 Jahren stattfindet und die Natur für so etwas 11.000 Jahre braucht. Auch das ist auch der Unterschied zu diesem Klimawandel und anderen. Es geht jetzt einfach viel, viel schneller. Und wenn man das alles so reflektiert, dann kommt man relativ schnell drauf, kann uns möglicherweise Corona tatsächlich irgendetwas auch lehren bei aller Unerfreulichkeit einer solchen Pandemie. Und ich glaube, ein Stück weit steckt da was drin, denn in den Ländern, und ich glaube, Deutschland hat sich da so schlecht nicht geschlagen, in den Ländern, wo wir auf die Wissenschaft gehört haben, da ging es relativ gut. In den Ländern, wo wir die Wissenschaft teilweise sogar verunglimpft haben, sehr dagegen vorgegangen sind, da weiß man, kann man sich angucken, wenn man nach Brasilien, in die USA, in andere Länder guckt, dass es nicht so gut gelaufen ist. Das heißt, auf Wissenschaft zu hören, könnte eine Lehre für uns sein. Nur leider ist der Klimawandel ein so langsamer Prozess, im Grunde genommen ein Asteroiteneinschlag in super Zeitlupe, dass wir keine Bewegung merken. Und wenn wir keine Bewegung merken, dann sind wir auch unbeweglich und dann halten wir ständig an dem Althergebrachten fest. Und was wir eigentlich brauchen, ist doch eine Transformation von ganz vielen Bereichen. Wir verbrauchen derzeit die nachwachsenden Ressourcen von 1,75 Erden und wir haben qua schulischer Bildung, wissen wir das, nur eine. 1,75 ist größer als 1, wir sind nicht nachhaltig, Punkt. Muss keine weitere Diskussion erfolgen und wenn wir das wollen, dann müssen wir viele Dinge verändern. Und eins dieser Themen, das ist eben das Thema, was wir heute aufgreifen, das ist das Bauen und das ist das Zusammenbringen von Bauen und Umwelt. Und für mich als Meteorologen hat das auch ganz viel damit zu tun, mit Stadtmeteorologie. Die großen Städte bei uns im Land, die sind teilweise in Hitzewellen 9 oder 10 Grad wärmer als die Umgebung, also quasi in einer ganz anderen Klimazone. Natürlich zustande gekommen, auch dadurch, dass wir unglaublich viel Fläche versiegelt haben und die gibt die Wärme dann wieder ab. Viele Menschen, die oben unterm Dach wohnen, wissen das ziemlich genau, wie schlecht man schlafen kann in solchen Hitzewellen nachts, weil es da sehr heiß wird. Das heißt, wir brauchen Luftkorridore, wir brauchen Stadtmeteorologie, wir müssen schauen, wie begrünen wir, wir müssen schauen, wie bringen wir Blau, wie bringen wir Wasser in die Städte. Wie sorgen wir auch dafür, dass Wasser da bleibt? Früher haben wir immer gesagt, Wasser muss weg, jetzt merken wir durch die Dürren, nein, Wasser sollte möglichst auch zurückgehalten werden. Das heißt, wir müssen auch baulich viele Dinge neu sehen und neu betrachten und dass das geschieht und dass immer mehr Ansätze genau in diese Richtung gemacht werden, wie verändern wir unsere Städte? Mein Gedanke ist auch manchmal der, dass wir Städte ein bisschen verländlichen müssen möglicherweise. Dass all diese Sachen zusammen in unglaublich tollen Ideen münden und damit sind wir dann auch an der Stelle, wo ich hin wollte. Verbindung, Klimawandel, Klimaänderung, den Zeitdruck, den wir haben. Wir haben nicht mehr alle Zeit der Welt und können uns beliebig überlegen, naja, irgendwann machen wir mal irgendwas, sondern wir müssen jetzt anfangen. Und solche Dinge, wie sie hier geschehen, das sind letztendlich Anfänge, das sind praktische Beispiele und dafür wird heute dann hier tatsächlich der Preis vergeben. Und darauf freue ich mich sehr und das war das, was Sie über sich haben ergehen lassen müssen. Eine kleine Kurzbegrüßung des Sven Plöger, das passiert immer, die ist jetzt aber beendet. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich den, ja frischgebacken kann man auch nicht mehr sagen, den Präsidenten des Umweltbundesamtes, jetzt mache ich es einmal richtig, Herr Messner, bei unserer letzten gemeinsamen Veranstaltung, ich werde es nie vergessen, habe ich gesagt, und jetzt Reinhold Messner. Das war halbrichtig, jetzt mache ich es ganz richtig, Professor Dr. Dirk Messner. Herzlich willkommen, die einführenden Worte. Ja, sehr geehrter Herr Staatssekretär Brunholz, sehr geehrte Frau Professorin Essig, sehr geehrter Herr Plöger, vielen Dank für die freundliche und richtige Begrüßung. Sehr geehrte Damen und Herren hier im Raum und dann auch über die Streaming- und Videoconferencing-Tools, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Preisverleihung, zur ersten Preisverleihung Umwelt und Bauen. Und Herr Plöger, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie das so schön geframed haben, weil Umwelt und Bauen ist eine der wesentlichen Felder, auf denen wir Klimaschutz voranbringen müssen, wo wir gefährlichen Erdsystemwandel, das haben Sie ja eben sehr schön auf den Punkt gebracht, unterstützen oder Maßnahmen unterstützen müssen, damit wir diesen Prozess wirklich in den Griff kriegen. Die Größenordnung werde ich Ihnen gleich auch nochmal verdeutlichen und zugleich, was an diesem Themenfeld so aufregend ist, dass wir Klimaschutz mit Lebensqualität und sozialer Entwicklung und gesellschaftlicher Entwicklung zusammenbringen können. Und das werden Sie gleich sehen, wenn wir unsere Preisträger uns anschauen und die Projekte uns anschauen, die hier mit Preisen versehen worden sind. Und hier kommt Klimaschutz mit sozialer Entwicklung, gesellschaftlicher Entwicklung und Lebensattraktivität, attraktive Zukunft denken und voraussehen, das kommt hier zusammen. Und das macht dieses Feld auf doppelte Art und Weise wichtig. Vor genau einer Woche hat die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wie Sie wissen, im Europäischen Parlament eine Rede zur Zukunft Europas gehalten. Und sie hat dabei auch Bauen und die Zukunft der Städte angesprochen. Sie hat nämlich versprochen, dass wir in Europa aus dem 750 Milliarden Paket, das geschnürt worden ist und das jetzt umgesetzt werden muss in Politiken zur Bekämpfung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise, auch ein Projekt entstehen soll, dass sie das Bauhaus Erde für Europa genannt hat. Und ich zitiere Ursula von der Leyen wörtlich, sie hat gesagt, wir werden ein neues europäisches Bauhaus errichten, einen Raum der gemeinsamen Schöpfung, in dem Architekten, Künstler, Studenten, Ingenieure und Designer zusammenarbeiten. Die Zukunft der Städte neu denken, an das Bauhaus anknüpfen, die Zukunft der Städte neu erfinden. Und das Interessante an dieser Bauhausidee ist ja, dass hier, wie sie auch sagt, die Frau von der Leyen, dass hier Technologie, kultureller Wandel, Ingenieure, Architekten und Bewohner gemeinsam Zukunft schaffen. Und diese Gemeinschaftsinnovation, die hier stattfinden muss, die liegt mir ganz besonders am Herzen. Der Baupreis Bauen und Umwelt zeigt heute schon, das werden wir gleich sehen, wenn wir uns die Preisträgerinnen und Preisträger anschauen, wenn alle um den Bau herum und um die Baugestaltung herum gut zusammenarbeiten, dann können wir interessante und neue Dinge schaffen, die das zusammenbringen, was Herr Plöger eben schon angesprochen hat, nämlich Klimaschutz in kurzer Zeit voranbringen und zugleich natürlich soziale Entwicklung. In Deutschland lebt der Großteil der Menschen in Agglomerationen, in Städten. Wir alle wohnen in Häusern und das betrifft also unser persönliches Leben im Zentrum und wir können durch gute Zusammenarbeit hier Interessantes erreichen. Dass das wichtig ist, das wird einem sehr schnell deutlich, Bauen und Wohnen, wenn man weiß, dass 70 Prozent aller Ressourcenverbräuche und 70 Prozent aller Emissionen in Bezug auf die Treibhausgasdynamik, die sind mit Städten verbunden, mit urbanen Räumen und vieles davon ist dann mit Bauen und Wohnen im engeren Sinne verbunden. Also das ist keine Kleinigkeit, über die wir hier reden heute, das steht im Zentrum der Klimaschutzdebatte. Wir reden sehr viel über Energiesektoren und dass wir da vorankommen müssen, der Baubereich ist ein zentraler Bereich. Er wird noch wichtiger, wenn man eine globale Brille aufsetzt und der Klimawandel ist ja ein globales Phänomen, weil wir werden von heute bis 2050 die Zahl der Menschen, die in urbanen Räumen wohnen, die werden wir verdoppeln von 3,7 auf dann über 7 Milliarden Menschen und die Bauinfrastruktur, die da entsteht, von der hängt sehr viel ab, in Bezug auf die Lebensqualität der Menschen, aber auch in Bezug auf den Klimaschutz. Weil wenn wir so bauen, wie wir in den vergangenen Jahrhunderten gebaut haben und in den vergangenen zwei Jahrhunderten seit der Industriellen Revolution, vor allen Dingen mit Stahl, Aluminium und Glas, mit Treibhausgasemissionen, die damit verbunden sind, dann ist die 1,5 Grad Perspektive absolut illusorisch und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns heute hier treffen und darüber nachdenken, wie Bauen und Wohnen einen Beitrag zu Lebensqualität und Klimaschutz zugleich leisten kann. Vielleicht noch zwei, drei Zahlen aus dem deutschen Kontext. Bei uns in Deutschland für Heiz- und Wärmebedarf in unseren Häusern verwenden wir 30 Prozent unseres gesamten Energieverbrauches. 30 Prozent. Ein Drittel ist nur mit Wärme und Heizen in unseren Gebäuden verbunden. Wie wir das besser machen können, das werden wir gleich von den Preisträgern sehen. Wir wissen auch, um unsere Klimaziele zu erreichen, Herr Pohnert, die ja im Klimaschutzgesetz stehen, was wir uns da vorgenommen haben, müssen wir die Sanierungsquote von im Augenblick 1 Prozent auf 2 Prozent verdoppeln, also unsere Häuser energetisch vorbereiten, um Energieeffizienz wirklich voranzubringen, so dass wir in einem Bereich, der im Augenblick noch hinterherhängt beim Klimaschutz, aus einem nachhängenden Bereich einen treibenden Bereich machen. Und dieser Preis, den wir heute vergeben, der soll ja zeigen, was geht. Und der soll Mut machen und Anregungen schaffen, dass Dinge auch funktionieren können. Weil Sie haben ja eben über menschliches Verhalten, Herr Plöger, auch gesprochen. Menschliches Verhalten hat damit zu tun, dass man, wenn man zeigen kann, dass was funktioniert, dann kann man in eine neue Richtung gehen. Und viele Menschen müssen sich da irritieren lassen im positiven Sinne. Und die Beiträge, die wir heute sehen werden, die Preise, die wir heute vergeben, die zeigen, was geht, was möglich ist. Dass wir Klimaschutz im Gebäudebereich, im Baubereich wirklich voranbringen können und dabei gleichzeitig, das ist das Charmante, Lebensqualität adressieren. Die Eigenart von Bauen und die Eigenart von Städten, das ist ein Schlüssel für nachhaltige Entwicklung. Wir wollen heute in drei Kategorien Preise vergeben und Auszeichnungen vornehmen. Und die drei Wettbewerbskategorien sind Wohngebäude, als erste Kategorie. Dann Nichtwohngebäude, öffentliche Räume beispielsweise. Und dann über die einzelnen Gebäude hinaus Quartiere, um zu schauen, wie man in Quartieren kollektive Lösungen schaffen kann, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Und wir haben außerdem einen Sonderpreis, wie Sie dann gleich sehen werden, in der Kategorie besonderer Innovationsgrad dessen, was uns da vorgestellt worden ist und eingereicht worden ist. Und wir werden gleich sehen, worin der besondere Innovationscharakter dieses Sonderpreises besteht, neben den drei Hauptkategorien Wohngebäude, Nichtwohngebäude und Quartiere. Wenn es um Innovation geht, dann können zum Beispiel solche Fragen gestellt werden, das wird uns gleich wieder begegnen. Wie kann man energetische Sanierung mit Denkmalschutz zusammenbringen? Oder wie kann man sich ein Haus vorstellen und ein Haus bauen, das komplett aus Recyclingmaterialien besteht? Und wenn so ein Haus komplett aus Recyclingmaterialien besteht, will man dann gerne darin wohnen? Wie macht man das? Also, dass man die zirkuläre Ökonomie mit Lebensqualität verbindet. Und auch das hat eine Rolle gespielt bei der Auswahl der Preisträger, wie Sie sehen werden. In den Quartieren interessiert uns, wie Menschen gemeinsam planen, wie man Menschen mit einbezieht in die Entwicklung der Quartiere. Also Klimaschutz, Lebensqualität und menschliche Beteiligung an Veränderungsprozessen haben wir uns zusammen angeschaut. Und ob es gute Beispiele gibt, wo das vorangebracht werden kann. Weil, wenn wir über die Transformation zur Nachhaltigkeit reden, dann ist das ein technologischer Prozess. Dann ist das ein gesellschaftlicher Prozess von Veränderung, wo Menschen mitgenommen werden müssen. Und am Ende muss ja attraktive Zukunft dabei rauskommen. Ansonsten wird man niemanden überzeugen können, schnell und radikal zu handeln. Weil das ist das, was aus der Klimaperspektive notwendig ist. Also, wie man das klimapolitisch Notwendige mit dem gesellschaftlich nützlichen und fortschrittsweisenden zusammenbringt, das ist eigentlich Zentrum dessen, was wir heute machen wollen. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier heute zusammenkommen können. Ich freue mich auf die Keynote, die wir jetzt gleich als nächstes hören können, von Nathalie Essig. Und Sie werden uns nochmal einen guten Blick auf die Gesamtthematik werfen. Und anschließend haben wir dann das Vergnügen, in die Preisverleihung zu gehen und uns anzuschauen, was möglich ist, wie Innovation gestaltet werden kann, wie man Klimaschutz, Lebensqualität und gesellschaftliche Beteiligung zusammenbringt. Herzlichen Dank. Ja, lieber Herr Messner, einen ganz herzlichen Dank für diesen einführenden Vortrag. Und Sie haben eben etwas bei mir hinterlassen, was mutmaßlich in einem Plagiat durch mich mündet. Sie haben gesagt, irritieren in positivem Sinn. Irritieren. Das fand ich eine ganz wichtige Anmerkung, denn das ist genau das, was wir tun müssen. Irritieren im positiven Sinn. Unser Thema ist immer wieder auch das Erhalten des Wohlstandes. Wir wollen unseren Wohlstand erhalten, vielleicht auch mehren. Das ist sicher richtig und machbar vielleicht auch. Aber wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, wenn wir die Dinge einfach so fortsetzen, die wir bisher immer gemacht haben, die uns den Wohlstand gebracht haben, dann werden genau diese Dinge in diesem Jahrhundert den Wohlstand kassieren. Deswegen brauchen wir letztendlich eine Transformation. So, jetzt freue ich mich ebenfalls sehr auf die Professorin Nathalie Essig mit der Keynote. Nachhaltiges Bauen. Wir müssen umdenken. Von der Hochschule München kommt sie und ist jetzt hier in Berlin. Hallo Frau Essig. Hallo, einen sehr geehrten guten Morgen, darf man ja fast noch sagen. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Brunold, sehr geehrter Herr Messner, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, ich freue mich sehr, heute beim Bundespreis Umwelt und Bauen, ich muss immer ein bisschen zögern, wenn ich das lese oder ablesen, 2020 einen Vortrag zum Thema nachhaltiges Bauen halten zu dürfen. Ich habe den Vortrag genannt, wir müssen umdenken. Das kam ja auch schon ein paar Mal bei den Vorrednern zu Wort. Ich bin nämlich auch schon sehr gespannt auf die Preisträger und die Projekte, denn wir haben einige Umdenker unter Ihnen, sonst wären Sie heute nicht Preisträger und das macht die Sache natürlich umso spannender. Lassen Sie mich nun einige Anregungen, durchaus kritische Zahlen auch zeigen zum Thema Umdenken. Wichtig ist mir, dass ich Sie heute etwas aufrütteln muss, aber wie gesagt, die Preisträger und Preisträgerinnen, die sind ja schon einen Schritt weiter als viele andere. Ich habe einige Thesen mitgebracht, wir müssen von der Vergangenheit lernen. Das ist mir sehr wichtig. Ich nehme an, viele von Ihnen gehen gerne wandern, kennen die schöne Almhütte. Wenn ich Sie jetzt frage, ist sie nachhaltig, würden viele sagen, ja natürlich. Aus Holz gebaut, aus Steinen gebaut, aus der Region, beheizt mit Feuer, was will man besser als diese Hütte? Beheizt wurde allerdings nur dieser rote Raum, das war die sogenannte gute Stube, ohne Fenster. Außenrum war das Vieh, damit es einfach im Winter wohlig warm war. Schauen wir uns Nachhaltigkeitskriterien von heute an. Wie schaut es mit dem Thema Innenraumluftqualität aus? Meinen Sie, die war gut? Hat halt ein bisschen gestunken, würde man auf bayerisch sagen. Thema visueller Komfort, Licht, Fenster, Behaglichkeit, hatte man auch nicht. Es war wichtig, dass es warmer und dass man überleben konnte. Dennoch, so eine Hütte ist nachhaltig, weil was zurückbleibt, wenn sie nicht mehr bewohnt wird, sie geht in den zirkulären Ressourcenkreislauf. Das Holz kommt wieder in die Natur, die Steine verfallen und es bleibt ein Steinhaufen zurück. Wenn wir heutzutage schauen, schaut das anders aus. Unsere Bauwirtschaft, unser Bausektor erzeugt 60 Prozent des Mülls, Sondermüll meist. 40 Prozent der Energie verbrauchte und nützt aber 50 Prozent der Ressourcen. Wir haben das gerade schon gehört, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als unsere Erde eigentlich hat. Wichtig ist, wenn sich unsere Gesellschaft wandelt, wandelt sich auch unser Klima. Das heißt, unsere Gesellschaft muss sich wandeln, erst dann haben wir auch wieder den Klimawandel oder können diesem begegnen. Wichtig ist auch, dass nachhaltiges Bauen soziale Verantwortung bedeutet. Wir können nicht nur über Energie sprechen und über Ressourcen. Wir haben heutzutage leider sehr, sehr viel Schwarzarbeit. Das ist ein Foto aus der FAZ von 2019. Der moderne Sklavenhandel ist nach wie vor da, weil wir natürlich immer auf die wirtschaftlichsten Angebote schauen. Wir müssen hier ändern. Wir müssen auch ändern. Wir müssen auch schauen, wo kommt das Material her. Nicht nur natürliche Materialien, sondern wer stellt das her? Sicherlich, Natursteine sind toll. Aber wenn das Kinder herstellen, wenn wir tatsächlich nur 20 Euro für den Quadratmeter zahlen und nicht mal überlegen, warum kostet das jetzt da 20 Euro und wo ahnt das 45 Euro, wenn das hier in Deutschland hergestellt wird, auch da ist es ein wichtiges Anlegen des nachhaltigen Baus. Das müssen wir ändern. Wo wir schon gut sind, noch nicht sehr gut, ist die Energieeffizienz. Das ist mal die Entwicklung des nachhaltigen Bauens in Deutschland, des energieeffizienten Bauens. Die roten Balken ist immer die Gesetzgebung von der ersten Wärmenschutzverordnung zur NF bis hin zu 2020, nearly zero Gebäude. Wir haben jetzt 2020, wir sind lange noch nicht so weit. Wir haben auf der anderen Seite die untere Zeile mit den roten Punkten. Das ist die Forschung. Also wir können sogenannte Plus-Energiehäuser eigentlich schon seit den 90er Jahren bauen. Und dazwischen ist die Baupraxis. Wir haben ja auch schon einige sehr gute Häuser. Folglich, wir werden immer energieeffizienter. Aber wichtig ist, wir müssen ganzheitlich denken. Das ist meine vierte These. Nur ganzheitliche Ansätze bringen uns weiter. Jetzt, wenn jeder mal von Ihnen in sich geht, wie viel Quadratmeter Wohnfläche er zur Verfügung hat. Das waren 1960 pro Kopf etwa 20 Quadratmeter, 2014 45 Quadratmeter. Aktuell liegen wir bei 55 Quadratmeter. Kann man sich mal überlegen, woher auch das Thema der Wohnungsnot kommt. Warum uns Wohnungsraum fehlt. Wenn natürlich jeder von uns immer mehr Quadratmeter zur Verfügung hat, ist das eigentlich auch schon ein gesellschaftliches Problem. Und pro Tag werden immer noch 56 Hektar neu bebaut an Fläche in Deutschland. Ganzheitlich. Das war ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, man kann es lesen. Sie sehen, jetzt unten müssen Sie eine Linie sehen. Eine gelbe, eine grüne und eine orange. Unser Energiebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche in Kilowattstunden wird immer weniger. Das ist die mittlere Linie. Auf der anderen Seite steigt aber unsere Wohnfläche pro Kopf. Und jetzt, wenn Sie mal die obere Linie, diese gelbe, orange betrachten, der Energieverbrauch oder Raumwärmebedarf pro Kopf, der bleibt seit 1970 eigentlich gleich. Wir rechnen immer nur in Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Haben Sie schon mal gerechnet Kilowattstunden pro Person? Wenn Sie jetzt noch Ihr Auto dazunehmen, Ihre Reisen dazunehmen, Ihr tägliches Leben, dann steigt diese Kurve enorm. Und deswegen müssen wir ganzheitlich denken. Ganzheitlich heißt für mich, wenn ich Sport mache, warum nehme ich denn dann auch die Rolltreppe? Also wir müssen es einfach besser machen, effizienter, weniger, suffizienter, Konsistenz, anders. Das sind für mich die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Oder man kann auch die Sustainable Development Goals nehmen, die 17 Kriterien, die uns weiterhelfen und die Gott sei Dank mittlerweile in zahlreichen Nachhaltigkeitsbewertungsmethoden international geflossen sind. Kennen Sie bestimmt einige, LEED aus Amerika, BREEAM aus Großbritannien, MENERG aus der Schweiz und hier in Deutschland, ich gehe mal kurz zurück, haben wir DGNB oder das BNB-Gütesiegel für Bundesbauten oder NAVO oder BNK. Da gibt es so einige. Und ich freue mich, gelesen zu haben, dass jetzt auch der Deutsche Bundestag ja zum Antrag für nachhaltiges Bauen bestimmt hat Anfang September. Hoffen wir mal, was dabei rauskommt, es sollen mehr und mehr Nachhaltigkeitskriterien in den Bundesbau, in den Wohnungsbau und natürlich auch in die Privatwirtschaft einfließen. Was heißt das jetzt? Wie schauen denn solche Bewertungsmethoden aus? Wir haben jetzt hier mal die Bewertungsmethode BNB für Bundesbauten, DGNB für die Privatwirtschaftlichen. Sie sehen diese nationalen Schutzziele oder die Sustainable Goals gehen dann ein in drei Säulen. Ökologie, Ökonomie, soziale und funktionale Qualität, die Technik, den Prozess und in den Standort. Da gibt es dann eine große Liste von mehr als 60 Kriterien, die ich mal kurz zusammenfasse. Wir haben Ökologie, das ist Energie, die Ökobilanz, Wasser, Materialien, Fläche, Recycling. Ökonomie, natürlich auch die Lebenszykluskosten und die Wirtschaftlichkeit, die Tripverwendung. Soziokulturelle Aspekte, Licht, Komfort, Gesundheit, auch ein wichtiges Thema Barrierefreiheit, natürlich auch Architektur und Design kommen dazu, Technik. Wir müssen schauen, was ist der Brandschutz, der Schallschutz, die Gebäudehülle, aber auch der Rückbau, der Prozess. Wie starte ich denn mit der Planung, was habe ich für Ausschreibungen, wie ist die Inbetriebnahme und natürlich auch noch der Standort. Ist dort ein öffentlicher Nahverkehr, wie schauen dort die nutzerspezifischen Einrichtungen aus. Alles das sind Kriterien, mit denen ich heutzutage Nachhaltigkeit eines Gebäudes oder eines Stadtquartiers bewerben kann. Ich durfte in den letzten Jahren nicht nur wissenschaftlich, sondern auch tatsächlich praktisch viele Gebäude beraten, egal ob das jetzt Ministerien waren wie in Bonn oder auch große Versicherungsgebäude oder auch im Ausland. Bei solchen Gebäuden ab sechsstelligen oder siebenstelligen Beträgen fast ist das durchaus machbar, da geht das. Wie schaut es aber mit kleineren Gebäuden aus oder Turnhallen oder kleineren Schulen oder kleineren Hotels? Kann ich tatsächlich damit 60 Kriterien nachhaltiges Bauen formieren? Die Bauherren sind überfordert. Wir haben es dann tatsächlich auch geschafft, extra für kleine Wohnhausbauen, ein bis fünf Familienwohnhäuser, Kriteriensysteme, 19 Kriterien zu schaffen. Es ist ein bisschen eingeschränkt, die Ökobilanz ist dabei, die Energie, Akustik ist dabei, Lebenszykluskosten und noch einige mehr. Und wollen die jetzt auch zukünftig für andere Gebäude anwenden. Für kleinere Gebäude, vielleicht die nicht so hoch Glanzgebäude sind und kleineres Bauvolumen auch haben. Wichtig ist auch, dass das System aktuell schon anerkannt ist durch das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat und auch durch die KfW-Bank gefördert wird. Ich bringe Ihnen jetzt mal ein paar Zahlen mit, weil wir denken und handeln müssen auch im Lebenszyklus. Wir dürfen uns nicht nur die Planung anschauen, wir müssen uns auch den Betrieb, die Nutzung, die Instandsetzung und den Rückbau eines Gebäudes anschauen. Das ist ganz wichtig. Das sind jetzt mal drei Bürogebäude, das Zentrum für Umweltbewusstes Bauen in Kassel, das Bundesministerium für Gesundheit und ein Bürogebäude Funky in München. Wir sprechen hier von Primärenergie. Primärenergie, das ist das, was ein Gebäude über seinen ganzen Lebenszyklus braucht, hier durch die Ökobilanz berechnet, in Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Da liegen wir sobald durchschnittlich etwa 100 Kilowattstunden. Schauen Sie sich jetzt mal an, wir haben die Herstellung, den Betrieb, die Instandsetzung und den End of Life. Unsere Nichtwohngebäude, Bürogebäude verbrauchen etwa noch so zwei Drittel bis vier Fünftel im Betrieb an Energie. Allerdings muss man dazu sagen, wenn Sie jetzt die Lebenszyklusphase Herstellung sehen, da ist nur die Kostengruppe 300 dabei. Das heißt nur unsere Baukonstruktion, die Technik wird aktuell hier noch nicht abgebildet und das ist ein Problem. Das zeige ich Ihnen jetzt hier bei Einfamilienwohnhäusern, da schaut es nämlich schon ganz anders aus. Aktuell durften wir schon über 100 Einfamilienwohnhäuser die Ökobilanzen vergleichen. Wir haben hier mal drei Häuser. Sie sehen, diese Werte im Primärenergie im Gesamt über den Lebenszyklus variieren zwischen 40 und 88 Kilowattstunden. Das Spiel der Betrieb, wir gehen ja Richtung Null, kaum mehr eine Rolle. Es ist ja die Herstellung. Die Herstellung macht hier zwei Drittel aus. Und was wichtig ist, wir haben hierbei auch die Kostengruppe 400 mit abgebildet, nämlich die Haustechnik, Lüftung, Heizung und so weiter. Und auch das spielt immens mit rein. Deswegen, wenn wir von Energieeffizienz reden, müssen wir auch immer schauen, bitte nicht zu viel Technik. Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Circular Economy, meine siebte These, wurde heute auch schon genannt. Wir hatten ein schönes Forschungsprojekt, da ging es um die Weiterentwicklung ausgewählter Kriterien für das Bewertungssystem nachhaltiger Kleinwohnhausbau und zwölf Pilotphasen. Ich durfte mit Herrn Brunold damals die Preise auch irgendwann mal auf der Bauwehr überreichen. Also heute auch wieder eine Preisübergabe. Wir haben hier die Kriterien Innenraumluftqualität, Schadstoffe, Widerstandsfähigkeit, Rückbau und Demontagefreundlichkeit anschauen dürfen. Dann haben wir erstmal, wir müssen doch erstmal gucken, was ist denn in den Gebäuden dabei. Wir hatten Holzbauweisegebäude dabei, wir hatten Massivbauweisegebäude dabei. Und wenn Sie jetzt hier mal vergleichen, dass eigentlich die mineralischen Baustoffe auch in einem Holzgebäude auch noch fast 70 Prozent ausmachen, müssen wir auch hier anfangen zu sehen, was kann ich denn mit mineralischen Baustoffen machen, wie kann ich die wieder in die Circular Economy mit rücknehmen. Und wenn ich dann höre, dass Betonrecycling oder Einsatz von Recycling der Beton immer noch nicht Anwendung findet, es gab auch Gesetzgebungen bei uns, noch bis vor zwei Jahren, dass das wohl nicht standhaft wäre, die Zürich oder Großbritannien haben aber uns schon vieles voraus, da stehen die Gebäude heute noch nach 30 Jahren, ist es ganz wichtig, dass wir hier starten. Bei einem weiteren Projekt, so in Holzbauweise, klassische Musserhaussiedlungen, die Sie vielleicht kennen, durften wir begleiten, wie diese Häuser abgebaut worden sind und dann wieder aufgebaut worden sind. Und das Haus, was Sie hier sehen, ist der Wiederaufbau. Und Sie sehen auch, dass die Heizung selbst wiederverwendet worden ist. Und in dem mittleren Bild sehen Sie auch, wie wichtig es ist, schon in der Aufbauphase auch darüber nachzudenken, wie denn unsere Struktur aussehen muss, dass ich so eine ganze Wand wieder abbauen kann und 200 Kilometer vielleicht woanders wieder aufbauen kann. Also auch solche Dinge sind sehr wichtig. Wir haben diese Gebäude nicht auch nur auf der Baustelle begleitet, sondern wir haben dann auch mal geschaut an einem Quadratmeter Wand. Wie schaut es denn aus? Wie lassen sich denn die einzelnen Bestandteile überhaupt auseinanderbauen? Ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Bilder und da sind Sie wahrscheinlich sehr überrascht. Das geht gar nicht so leicht. Also man braucht da sehr viel Frauenpower oder Männerpower, dass man das überhaupt auseinanderbekommt. Sie sehen, es gehen viele Materialien auch kaputt, die zersplittern. Die Holzfassade ging noch einfach weg, aber den Putz, das Weiße auf der linken Seite, Sie sehen, wenn man den ablösen will, da bleiben viele Rückstände da. Das heißt, ich habe verunreinigte Materialien. Zum Schluss, die Dämmung lässt sich gut rausnehmen, aber ich habe leider viel Müll da, weil ich einfach nicht sortenrein zurückbauen kann und weil unsere heutigen Konstruktionen so gebaut sind, dass sie eigentlich gar nicht für den Rückbau gedacht sind. Und das ist das Problem. Und Sie sehen hier einfach mal die Beispiele aus dem Labor, was sich daraus so alles ergibt. Wir haben dann mal definiert, wie man das ändern könnte. Sie sehen immer hier verschiedene Pfeile. Der nicht gefüllte Pfeil ist immer das Potenzial, was es eigentlich machen könnte. Der gefüllte Pfeil ist immer das, wie es aktuell recycelt wird oder wiederverwertet wird. Fangen wir mal oben an. Wir haben aktuell bei diesem Holzbauprodukt aus dem Labor konnten 0% wiederverwertet werden oder werden, weil alles quasi auf der Deponie landet oder in der Verwertung. 7,64% könnten eigentlich 1 zu 1 wiederverwertet werden. Das wäre das Holz oder auch die Dämmung. Recycling hätten wir ein Potenzial eigentlich von 40%, nutzen aber aktuell nach unseren heutigen Standards nur etwa 1%. Beim Downcycling schaut es anders aus. 6% landen im Downcycling, 40% wären möglich. Aber jetzt kommen wir zu den anderen Punkten. Thermisch verwertet und auf Deponie fallen aktuell rund 40 bis 50%. Das könnten wir aber auch reduzieren auf 10 bis 2%. Also da steckt noch wahnsinnig viel Arbeit drin. Und deswegen ist es mir wichtig, umzudenken und auch Circular Economy im Bausektor zu fördern. Weitere Beispiele, die mich manchmal ein bisschen ärgerlich auch machen. Ich arbeite auch sehr viel in der Denkmalsanierung. Das ist jetzt ein Dreiseithof in Unterfranken aus dem Baujahr 1868. Denkmalobjekt, hatte große statische Probleme und laut Statiker musste einfach sehr viel entfernt werden. Altholz musste raus, Baustellenschutt musste da sein, Fehlbodenschutt, Baustellenschutt. Da ist der Lehm beispielsweise mal versteckt oder auch im Fehlboden. Und dann kam ja, das landet ja alles im Sondermüll. Sie müssen sich vorstellen, da sind erst mal 1500 Kilogramm rausgegangen. Aber Lehm gilt auf solchen Bauspielen als Sondermüll. Wir haben es dann gestoppt. Ich habe das als Architekten auf meine eigene Kappe genommen und habe gesagt, wir handhaben das da. Und wenn wieder aufgebaut wird, wird dieser Lehm wieder verbaut. Wir haben das auch testen lassen. Das ging wunderbar. Das ist nur ein kleines Beispiel. Die Sinnhaftigkeit. Wir haben uns natürlich abgesprochen, Herr Messner und ich. Ich habe jetzt das schöne Bild von Frau von der Leyen gezeigt. Das neue europäische Bauhaus, da ist es genau das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen das überall. Wir brauchen das nicht nur in Europa. Wir brauchen das auch hier in Deutschland. Wir müssen einfach etwas ändern. Nachhaltiges Bauen. Ich muss Ihnen sagen, wir stehen leider noch ganz am Anfang. Aber wir haben ja schon etwas gestartet. Wir haben ja hier die Umdenker und die Starter und ich freue mich und bin schon sehr gespannt auf die Preisträger. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Essig, vielen herzlichen Dank für den eindrücklichen Vortrag. Diese ganzheitliche Betrachtungsweise. Ich glaube, das ist uns jetzt wieder deutlich nahe gebracht worden. Irgendwie eigentlich dieser Gedanke vom Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege. Wie schaffen wir das auch, die Entsorgung bei allen möglichen Dingen mit einzubringen. Aber jetzt möchte ich Sie, lieber Staatssekretär Pronold, nicht auf die Folter spannen. Jetzt sind Ihre Grußworte dran und darauf freuen wir uns sehr. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Plüger, lieber Herr Professor Dirk Messner, auch wenn man bei dem Thema, das wir vor uns haben, Bergsteigerqualitäten durchaus braucht, aber das liegt ja nicht am Vornamen, liebe Frau Professorin Essig, liebe Frau Dr. Kersten, sehr geehrte Damen und Herren hier vor Ort und an anderen Orten im Livestream. Corona ist angesprochen. Meine Ministerin, die ich entschuldigen darf, ist nicht aus Corona-Gründen heute nicht hier, sondern es geht ums Geld. Die Haushaltsverhandlungen im Deutschen Bundestag finden statt und zeitgleich ist der Haushalt des Bundesumweltministeriums dran. Und damit wir all die tollen Dinge, die wir heute hier besprechen, auch mit Geld hinterlegen können und umsetzen können, ist natürlich die Präsenz meiner Ministerin jetzt im Deutschen Bundestag erforderlich. Ich darf Sie aber ganz, ganz herzlich grüßen von dieser Stelle aus. Ich glaube, wir stehen vor einer Machtfrage. Wer macht was? Weil ich jetzt seit gut zwölf Jahren ganz intensiv mich um das Thema Bauen, Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz kümmere. Und viele der Ideen schon lange da sind. Aber es ganz wenige gibt, die etwas machen. Und mit diesem Preis heute wollen wir ja einen weiteren Anstoß geben, mehr zu machen. Und wir haben ja in den Vorreden bereits gehört, dass es auch darauf ankommt, mit höherer Geschwindigkeit mehr zu machen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Und die Wissenschaft, der Plöger muss auch sozusagen auf der Höhe der Zeit sein. Und ich bin froh, dass wir einen Vortrag heute gehört haben, wie gerade eben von Frau Professorin Essig oder auch von Dirk Messmer, weil ich kenne die politische Debatte des letzten Jahrzehnts zu diesem Thema nur unter einem Schwerpunktfokus, nämlich Energieeffizienz im Gebäude. Und das ist viel zu wenig. Jüngst stand in einer Berliner Zeitung, dass es etwa 80 Milliarden Euro kosten würde, wenn wir alle Wohngebäude in Berlin auf einen energetisch hohen Standard bringen. Und es würde 10 Milliarden Euro kosten, wenn wir all diese Gebäude mit regenerativ erzeugter Nahwärme versorgen würden. Das ist ein Unterschied von 1 zu 8. Das ist eine spannende Frage. Warum? Weil die Sanierungskosten auch eine soziale Frage auslösen. Nach heutigem Recht können Sanierungskosten auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. Und es ist ein Unterschied, ob die Wohnung für 5.000 Euro saniert wird oder für 40.000 Euro, auch für Mieterinnen und Mieter. Und es ist gleichzeitig eine Entscheidungsgrundlage auch für diejenigen, die als Investoren oder als Eigentümer überlegen, ob sie eine Wohnung oder ein Gebäude sanieren. Und deswegen ist ein Ansatz, wie wir ihn auch hier mit dem Bundespreis Bauen und Umwelt verfolgen, dass wir nicht nur das einzelne Gebäude anschauen. Auch das ist wichtig, dort Energieeffizienz zu steigern. Aber auch das Quartier in den Blick nehmen, dass wir nachhaltige Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette uns anschauen und auch mit einem Tabu brechen. Ein Tabu in Deutschland ist, dass gebaut wird für die Ewigkeit. Normalerweise denkt kein Architekt, wenn er ein Gebäude plant und baut, dass es irgendwann mal wieder wegkommt. Und wir haben gerade eben in dem Vortrag gehört, wie wichtig auch der Gedanke von Cradle to Cradle oder Circular Economy im Bauen ist, weil Gebäude doch nicht ewig halten. Und das neue Bauhaus ist angesprochen worden. Das alte Bauhaus ist groß geworden mit den damals neuen Materialien Aluminium, Glas und Stahl. Energetisch und unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes können das nicht die Materialien sein, mit denen wir das neue Bauhaus beleben, sondern es muss eher Holz sein, weil Holz die Chance bildet, eine Klimasenke darzustellen. Städte sollen ja auch nicht mehr in die Breite wachsen, Stichwort Flächenverbrauch, sondern in die Höhe. Und wie macht man eine intelligente Nachverdichtung? Mit serieller Vorfertigung in Holzbau? Aber da ist es auch wichtig, was wir gerade im Vortrag gehört haben. Wie ist das Holz beschaffen? Kann ich es später weiterverwenden? Oder passieren Fehler, wie sie in der Vergangenheit bei der energetischen Sanierung passiert sind mit der Dämmung, nach 15, 20 Jahren Sondermüll, weil es der billigste Dämmstoff war, den man verwendet hat. Diese Fehler dürfen wir nicht wiederholen, sondern wir müssen mit Holz, mit anderen Materialien und auch das haben wir hier in diesem Bundespreis zu einem Schwerpunkt gemacht, unter den Sonderpreisen auch darüber nachdenken, wie wir nachhaltig auch bauen können und wie Gebäude von einem der Hauptemissionäre von CO2 zu vielleicht zumindest einer Teilsenke im Bereich von CO2 werden. Und jetzt gibt es ein Problem, das wir vom Autofahren kennen. Also ich gehe mal weg von dem Dieselskandal, der allen noch in Erinnerung ist, sondern ich gehe in die Zeit vorher, wo wir Automobilprospekte hatten, wo drin stand, wie viel Liter Benzin ein Auto verbraucht. Und in der Praxis hat man dann festgestellt, dass man es eigentlich nie erreicht hat. Also wenn man das, es gab ja dann einen Bordcomputer, konnte man nachmessen, so ganz hat das nie funktioniert. Mit den Gebäuden ist es noch schlimmer. Wir wissen, je effizienter, energieeffizienter ein Gebäude gebaut wird, umso mehr kommt es auf den Nutzer an. Und wenn wir diesen Faktor Mensch nicht mit einberechnen, dann retten wir rechnerisch das Klima, aber de facto nicht. Und darum kommt es auch auf das an, was Frau Professorin Essig in ihrem Vortrag dargestellt hat, nämlich, dass wir überlegen, mit welchen Materialien arbeiten wir, wie hoch ist der Technikeinsatz. Der Technikeinsatz im Gebäude wird immer höher. Bloß, das bedeutet im Lebenszyklus, dass er relativ oft ersetzt werden muss und Technikeinsatz im Regelfall auch energieeffizient ist. Und wir haben aus den Energieeffizienzhäusern Plus auch was gelernt. Die Lichtsteuerung in ein- oder Zweifamilienhäusern verbraucht zum Beispiel mehr Energie, als eine reine LED-Beleuchtung in den ein- oder Zweifamilienhäusern einspart. Für ein Bürogebäude macht Lichtsteuerung Sinn, aber nicht im Ein- oder Zweifamilienhaus. Hat sich aber noch nicht rumgesprochen. Und deswegen ist diese Machtfrage so entscheidend. Wer setzt aus den Erkenntnissen, die da sind, auch etwas um? Und dazu brauchen wir Leuchttürme, brauchen wir Beispiele, die wiederholt werden, nachgemacht werden. In dem Fall ist ein chinesisches Prinzip des Kopierens gar nicht so schlecht. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Man kann tatsächlich auch auf bestehende Erkenntnisse zurückgreifen. Und Herr Blöger, Sie haben angesprochen, und wir diskutieren das ja immer auch, Klimaschutz unter der Frage von CO2-Zahlen und wie viel Prozent müssen wir erreichen und, und, und. Aber es ist Menschenschutz. Sie haben die Hitzeinseln angesprochen. Städte werden in Zukunft, wenn wir auch städtebaulich nichts verändern, um 10 Grad heißer sein als das Umland. Jetzt kann man sagen, okay, super, kann ich mein Mojito und eine Palme trinken. Auch schön Kuba-Feeling direkt in Berlin-Mitte. Aber wir sind eine älter werdende Gesellschaft. Und Hitzeinseln bedeuten tausende mehr Tote. Jedes Jahr. Und deswegen ist Klimaschutz nicht etwas Abstraktes, sondern es ist etwas Konkretes, was für die Menschen in unserer Gesellschaft ist. Und deswegen müssen wir das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch in Bau- und Stadtentwicklung einbringen. Und übrigens auch, nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum. Ich finde, wir konzentrieren uns zu stark. Also man merkt, ich komme aus Niederbayern. Aber ich finde, wir konzentrieren uns zu stark auf die Städte. Natürlich sind die Treiber. Aber auch im ländlichen Raum brauchen wir nachhaltige Konzepte. Und ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es nicht allein reicht, wenn man 15 Jahre in Prenzelberg gewohnt hat und jetzt dem Partyleben überdrüssig ist und mit der Familie aufs Land zieht und glaubt, sich ökologisch zu verhalten, wenn man ein Passivhaus baut. Weil, wenn es dann so ist, wie bei allen anderen, die dort im ländlichen Raum wohnen und dass die Familie zum Schluss mit zwei Autos in die Stadt fährt, dann hilft die Einsparung, die man über das Passivhaus über 30 Jahre hin generiert, gar nichts. Und deswegen gehört Bauen auch mit Verkehrsentwicklung zusammen. Gehört es mit anderen Themen der Nachhaltigkeit eng verbunden. Und wir haben in diesem Preis versucht, diese verschiedenen Aspekte, die heute alle dankenswerterweise schon in den Vorträgen angesprochen worden sind, auch mit zu bedenken. Weil nur auf Energieeffizienz, die ein wichtiger Punkt ist, aber nur auf Energieeffizienz zu schauen, führt uns in die Irre. Sondern es geht um Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne. Und ich möchte mich deswegen bei allen bedanken, die teilgenommen haben. Wir haben ja Corona-Zeit und wir waren gar nicht so sicher, ob es da viele Projekte gibt. Aber 81 Projekte haben aus dem ganzen Bundesgebiet teilgenommen. Und hier zeigt sich schon, welcher Wandel da ist, welche Bewusstseinsveränderung in der Baubranche einzusetzen beginnt. Und ich bin mir sicher, dass das die gesamte Baubranche, aber auch die Entwicklung von Städten, auch von ländlichen Räumen zukunftsfester macht. Und ich hoffe, dass unser Bundespreis eine Plattform ist, von der aus wir dann auch den Aufbruch schaffen zu neuen Gipfeln oder in dem Fall besser zu senken. Wir brauchen nämlich CO2 senken in Stadt und Land. Und damit wollen wir hier eine kleine Unterstützung leisten durch diesen Preis. Es ist ja auch immer besser zu loben, als nur zu schimpfen und zu meckern. Und ich freue mich jetzt auf die ausgezeichneten Projekte. Aber gestatten Sie mir, dass ich noch mit einem niederbayerischen Grundsatz breche. Bei uns heißt es nicht, geschimpft ist schon globt nur. Und ich möchte mich ausdrücklich mal bei allen bedanken, die mitgewirkt haben. Bei denen, die Projekte eingereicht haben. Aber mein besonderer Dank gilt unseren sieben Expertinnen und Experten mit Frau Professor Reicher, Frau Dr. Kersten und mit vielen anderen, die die interdisziplinäre Jury gebildet haben und es sich nicht einfach gemacht haben, welche Preisträgerinnen und Preisträger und welche Anerkennungen sie ausgesprochen haben. Jetzt kommt aber der tatsächlich spannende Moment, nämlich wer wird ausgezeichnet. Und ich freue mich dann in Abwechslung mit Kollegen Messner hier die verschiedenen Preisträger würdigen zu können. Und auch unter Corona-Zeiten ist das natürlich ein bisschen anders als sonst. Also erstens habe ich hier ein Kreuz und da muss ich stehen nachher, damit wir auch die Abstände einhalten. Zweitens kommen einige Preisträger auf die Bühne, andere sind aber nur virtuell zugegen. Wir halten die Abstandsregeln ein und deswegen ist es relativ schwierig, heute Preise zu übergeben oder Urkunden. Auch das ist Corona geschuldet. Deswegen haben wir sie dort nicht hingestellt und sie werden dann von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Handschuhen unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften entsprechend auch weitergegeben. Sie wissen ja, Mitte ist Hotspot und deswegen sind wir auch heute besonders vorsichtig. Und nichtsdestotrotz ist auch unter diesen Corona-Bedingungen es wichtig, glaube ich, dass wir solche vorbildlichen Dinge hier besonders auszeichnen und ehren. Die erste Kategorie, in der wir auszeichnen, sind Wohngebäude. Die ist von besonderer Bedeutung, weil neben der Anforderung an Energieeffizienz und ökologischer Bauweise auch die Bezahlbarkeit von Wohnraum ein wichtiger Aspekt ist. Die ausgezeichneten Projekte zeigen einen guten Querschnitt der auf den Wohnungsmarkt tätigen Bauherren und Investoren, die allerdings bereit sind, die Anforderungen, die sich aus dem Klimaschutz ergeben, ernst zu nehmen und verantwortungsvoll umzusetzen. Dies führt zu zukunftsorientierten Lösungen, die Vorbild sind und anschaulich zeigen, welche innovativen Lösungen und Konzepte bereits heute realisiert werden können. Ein herausragendes Beispiel ist der erste Preisträger in der Kategorie Wohngebäude. Und das ist quasi nicht weit weg, nämlich es ist die Wohnungsbaugesellschaft Hovuge hier aus Berlin mit ihren beiden achtgeschossigen im KfW-Effizienzhaus Standard 40 plus errichteten Wohngebäuden. Die Realisierung des Effizienzstandards 40 plus bedeutet, dass der vorhandene Primärenergiebedarf um 35 Prozentpunkte geringer sein muss, als das durch das Referenzgebäude vorgesehene gesetzlich vorgeschriebenen Neubaustandard. Zusätzlich muss für das plus eine Stromerzeugung durch eine PV-Anlage realisiert sein und der Strom gespeichert werden. Das ist besonders im Geschosswohnungsbau eine große Herausforderung, die hier durch einen auf das Dach angeordneten Photovoltaikanlage gemeistert worden ist. Zum Plusstandard gehört auch kontrollierte Wohnungsbelüftung mit Wärmerückgebäuden. Der auf den Dächern durch eine PV-Anlage erzeugte Strom wird in einem Quartiersbatteriespreicher vorgehalten und steht den Mietern und Mieterinnen als vergünstigter Mieterstrom zur Verfügung. Über eine dezentrale Technikstation werden die Wohnungen mit Trinkwasser und Wärme für die Fußbodenheizungen versorgt. Das Projekt ist vorbildlich, da es sich nicht auf einzelne Aspekte beschränkt, sondern gesamtheitlich aktuelle Nachhaltigkeitsforderungen umsetzt und zeigt, dass gleichzeitig die Auswirkungen auf den Mietpreis minimiert werden können und somit auch soziale Aspekte berücksichtigt werden. Die beiden achtgeschossigen Punkthäuser bieten aufgrund der Mietpreisgestaltung für breite Schichten der Bevölkerung einen bezahlbaren Wohnraum in einem energetisch hocheffizienten und nachhaltigen Gebäude zu sozialverträglichen Mieten. Soweit die Bewertung der Jury. Und Sie haben gemerkt, ich habe sie vorgelesen, was ich nicht so gut kann, wie Texte frei vorzutragen. Aber ich muss natürlich auch das Ergebnis der Jury hier vorlesen, um ja keinen Fehler dort zu machen. Und deswegen freue ich mich, und ich glaube, Sie sind auch da, die Vertreter oder in dem Fall die Vertreterin, den Vertreter von HWG, Ulrich Schiller, auf die Bühne zu bitten, gemeinsam mit Dirk Messner. Dann machen wir hier oben das Foto und wir halten aber die Abstandsregeln ein, indem wir uns brav auf unsere Plätze stellen. Bitteschön, kommen Sie hoch. Applaus Nimm uns den einfach mit. Lieber Herr Schiller, ich muss ein Wort noch ganz kurz mit Herrn Pronold wechseln, weil ich Ihnen die Frage stellen möchte, haben Sie mal beim Fernsehen gearbeitet? Nein, aber ich bin in Niederbayern groß geworden und habe deswegen viele Kabarettisten kennengelernt. Und wenn Sie jeden Abend versuchen, in einem niederbayerischen Wirtshaus als Sozialdemokrat Gehör zu verschaffen, müssen Sie ein bisschen Entertainment-Qualitäten sich aneignen. Es hat mich schwer beeindruckt, vor allem, was mich auch noch zusätzlich beeindruckt hat, in meinem Regieplan steht, 12.22 Uhr anreichen der Trophäe und der Urkunde. Und genau um 12.22 Uhr passiert das und das können nur die Leute, die mal beim Fernsehen waren. Also, sehr schön. Vielen Dank. Herr Schiller, freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ja, da ist ein Glas mit. Achso, Sie gehören das Mikrofon, ja. Freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Herr Pronold hat ja schon ein bisschen erzählt, was Sie da gemacht haben. Was mich jetzt ein bisschen bewegt hat, KfW 40 Plus Standard, klar, wertig. Wie schaffen Sie es dann doch, sozialverträgliche Mieten am Ende zu haben, weil ja doch auch eine gewisse Investition dahinter steckt? Wie machen Sie das? Das ist so. Also, die Nachhaltigkeit steckt in der Genetik der HOVOG drin. Wir arbeiten in vielen Projekten sehr, sehr nachhaltig. Das bedeutet für uns eben nicht nur die Ökologie, sondern auch die Ökonomie und am Ende auch die Sozialverträglichkeit. Bei einem solchen Projekt sind 50 Prozent der Wohnungen öffentlich gefördert. Das heißt, wir vermieten sie für 6,50 Euro. Und das ist, glaube ich, die sehr, sehr große Herausforderung hier. Sie müssen die Zahl noch mal sagen, 6,50 Euro, dass das hier mal alle hören. Also das 6,50 Euro. 6,50 Euro, ja. Also das ökologische Wohnen darf ja keine Frage der sozialen Möglichkeiten sein. Deswegen sind die Anstrengungen, die wir unternehmen müssen, umso größer. Die Investitionskosten bei einem solchen Projekt sind natürlich sehr, sehr hoch. Der Energiespeicher, der Batteriespeicher, der verbaut ist, auch die Wohnungsunterstationen, die kosten ihr Geld. Das heißt, das ist in diesem Falle nur dadurch zu ermöglichen, dass wir keine Grundstückskosten hatten. Das ist ein Nachverdichtungsprojekt. Sie haben das gesehen, in direkter Nachbarschaft stehen weitere Gebäude für uns. Das ist natürlich nachher auch in der Bewirtschaftung dieses Gebäudes für uns wichtig und wesentlich. Denn Sie müssen ja in der Betriebsdauer über viele, viele Jahre auch immer wieder zum Gebäude hinausfahren. Und wenn Sie Gebäude in der Nachbarschaft haben, ist das auch eine sehr, sehr wichtige, nachhaltige Möglichkeit. Und es geht natürlich auch um die Nutzung der Infrastruktur. Sie können in einem nachverdichteten Projekt den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Die Schulen, die Kitas, all das ist schon da, muss nicht zusätzlich errichtet werden. Und Sie haben gesehen, wir haben zwei Punkthochhäuser errichtet. Das heißt, wir haben drumherum möglichst viel Grün erhalten, sind nicht in die Fläche gegangen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, auch dieses Grün erhalten. Wenn man das jetzt so anhört, dann ist das ja, es ging ja auch gerade ein bisschen um das Thema Leuchtturmprojekt, dann ist das ja was, was erkennbar nachahmenswert ist und scheint. Wie würden Sie das einordnen? Mein Gefühl wäre so ein bisschen, das machen gar nicht so viele so wie Sie. Wie kommt es und was müsste man möglicherweise tun oder was könnten auch Sie tun als HOBO-G? Ein bisschen einfach anderen, ja, also ich möchte jetzt nicht mit Feuer und dem Gesäß, aber so in die Richtung. Also es gibt schon sehr, sehr viele Projekte in dieser Form. Natürlich ist das anfänglich mit hohen Kosten verbunden und das war auch ein enormer Ressourceneinsatz. Und ich muss natürlich auch dem Team und damit allen verbundenen Partnern an dieser Stelle danken. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Mein Wunsch wäre, dass ich das letzte Mal diesen Preis bekomme, weil es sehr, sehr viele Nachahmer gibt, dass es viele, viele andere gibt, die es vielleicht sogar noch besser machen können, sodass wir von denen lernen können. Wir haben hier keine Technologien verwandt, die für dieses Projekt entwickelt worden sind, sondern wir haben uns bei Dingen bedient, die am Markt schon verfügbar sind. Und wenn Sie Batteriespeicher nehmen, dann werden die heute in relativ kleinen Mengen verbaut. Deswegen sind sie teuer. Wenn man sich Photovoltaik-Anlagen vor zehn Jahren angeschaut hat, waren die sehr, sehr teuer. Heute kriegen Sie die sehr, sehr günstig. Deswegen bitte ich darum, ahmen Sie unser Projekt nach, vervielfältigen Sie es. Wir selber haben vor, diese beiden Gebäude noch einmal zu errichten, in Steinwurfweite auf einem Grundstück, um das wir uns gerade bemühen. Da hoffe ich, dass die Politik uns dabei unterstützt, dass wir dieses Grundstück auch bekommen und es dann bebauen können. Also ich glaube, es ist alles da. Wir brauchen die politische Unterstützung für die Dichte in der Stadt. Wenn wir die grünen Flächen erhalten wollen, dann müssen wir dicht und hoch bauen. Ich glaube, das ist nachhaltig und es ist auch schön, wenn man drumherum noch Flächen hat und nicht nur in die Breite geht. Das ist sicher ein Punkt und einfach aus meteorologischer Sicht kann man nur immer wieder das Wort Verdunstungskälte erwähnen. Die brauchen wir einfach, sonst geht uns das eben durch die Decke. Sie sagten es ja auch gerade noch mal neun bis zehn Grad. Das ist eine ganz andere Klimazone, die wir dann in den Städten hätten und da ist nichts dran erfreulich. Noch eine letzte Frage hätte ich gerne an Sie. Sie haben ja nun Mieter. Sie haben gesagt, das sind günstige Mieten. Wir haben die Zahl gehört. Wie ist die Akzeptanz? Ich würde sofort sagen, die müssen ja sagen, das ist ja super. Sind die da alle durchweg positiv begeistert oder gibt es auch kritische Töne, sorgenvolle Töne, Unsicherheiten? Wie informieren Sie auch die Mieter? Also die Berlinerinnen und Berliner sind in erster Linie mal auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Die Ökologie ist da zweitrangig. Das muss man ehrlich so sagen. Ist immer noch so, ja. Die meisten Menschen sind froh, wenn sie eine Wohnung finden. Wenn die dann noch bezahlbar ist, ist das großartig. Die Hovogi hat derzeit 4.000 Wohnungen im Bau plus minus. Tausende weitere haben wir in der Planung. Bei denen werden wir ähnliche Maßstäbe ansetzen. Also den Batteriespeicher mit dieser Kostenposition können wir noch nicht zum Standard machen. Aber vieles andere, den Mieterstrom, die Photovoltaikanlage auf dem Dach, die Unterstation, die 30% Energie sparen, allemal. Aber ich glaube, eins muss uns allen klar sein. Herr Brunald hat das vorhin gesagt und ich glaube, wir müssen das immer wieder sagen. Es braucht den Menschen, der akzeptieren muss, dass die Physik nur dann funktioniert, wenn wir sie auch respektieren. Also wer im Winter nachts bei offenem Fenster schläft, der wird ein solches Gebäude ganz, ganz schnell aus der Funktion nehmen. Denn wir haben sehr, sehr niedrige Vorlauftemperaturen und dann müssen sie zwei Tage lang heizen wie ein Weltmeister, um das wieder aufzuholen. Das heißt, die Mieterinnen und Mieter müssen verstehen, dass es schlicht und einfach darum geht, Energie einzusparen. Und dann hat man natürlich auch was davon. 30% weniger Energieverbrauch durch die Vorlauftemperatur. Unser Mieterstrom ist ein ökologisches Produkt, das wir auf dem Dach erzeugen, ist 3 Cent günstiger als der vergleichbare Strom. Das heißt, wir sparen, wir sparen als Mieter, als Gesellschaft, es ist weniger CO2 und wir nutzen natürlich auch die Erkenntnisse, die wir in diesem Projekt gewonnen haben, für unseren Bestand. Wir haben mehr als 60.000 Bestandswohnungen in Berlin und das ist ja vorhin auch schon gesagt worden, wir gehen davon aus, dass wir so ungefähr 15 Kilo CO2 pro Quadratmeter emittieren in unserem Bestand. Wir wissen da schon ziemlich genau über die modernen Messmöglichkeiten. Das Ziel ist, runterzukommen auf 7 Kilogramm CO2. Das ist im Bestand ein weiter Weg und es hilft natürlich umso mehr, wenn die Mieterinnen und Mieter den Weg mit uns gehen wollen, wenn es Akzeptanz gibt. Und wenn wir auch Lösungen, das muss auch eine Anforderung, eine Forderung in die Politik sein, wenn wir Lösungen finden, wie wir diese Kosten fair verteilen können. Es kann weder der Mieter alleine tragen, noch kann es der Vermieter. Wir brauchen also eine Akzeptanz auch für den Umgang der Kosten. Wenn Sie sagen, Sie wollen diese Entwicklung von 15 auf 7 haben als Ziel, wo liegt das bei Ihnen zeitlich? Wann würden Sie denken, dass man das erreichen kann? In welchem Zeitraum? Das Land Berlin möchte die Klimaneutralität bis 2050. Wir haben uns deutlich ehrgeizigere Ziele gesteckt, 2035, 2036. Da würden aber bei uns im Unternehmen jetzt ganz, ganz viele kalte Füße bekommen, wenn ich das hier rausbesauen würde. Deswegen lasse ich das. Aber es geht darum, Stück für Stück den Bestand zu analysieren, sich anzuschauen, was wollen wir eigentlich einsparen. Ich bin, genauso wie das heute hier auch schon gesagt worden ist, ein Verfechter, dessen Sie sich erst einmal anschauen, wo sind die größten Verbraucher? Wir können durch das Erzeugen von nachhaltiger Energie vielleicht viel mehr schaffen, als das über die reine Dämmung geht. Das heißt, wir müssen sukzessive den Bestand erst einmal analysieren und uns dann auch Bauteil für Bauteil vorarbeiten. Ich glaube, es wird nicht gehen. Man muss sich auch diese immensen Kapazitäten im Bausektor einmal vorstellen, die notwendig wären, um ein Portfolio alleine wie das unsere bis 2050 komplett klimaneutral zu bekommen oder sogar schneller. So viele Gerüste gibt es, glaube ich, gar nicht und so viele Handwerker auch nicht. Also wir müssen uns sehr genau anschauen, wo an welcher Stelle wir mit kleineren Eingriffen das meist erreichen können. Und häufig hilft es schon, wenn man den Mieterinnen und Mietern vor Augen führt, welche Aktion, Interaktion im Gebäude am meisten Energie verbraucht. Dann ist ja häufig auch das Wissen, das einem hilft, schon das eigene Nutzungsverhalten, die eigene Gewohnheit zu verändern. Herr Schiller, vielen herzlichen Dank und nochmal von uns allen ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Popo G, Herr Schiller. Dankeschön, vielen Dank. Ja, wir haben im Bereich Wohngebäude uns als Jury entschieden, auch einen zweiten ersten Preisträger zu haben. Und mit einem anderen Ansatz, das aber natürlich auch auf Bedürfnisse von Menschen einen entsprechenden Einfluss hat. Es geht hier darum, dass städtische Reihenhäuser auf einem sehr ungewöhnlichen Grundstück realisiert werden. Das Planungsteam der Baugemeinschaft Stadtfinken aus Hamburg realisierte auf den 145 Meter langen Baufeld ein Reihenhaus mit 22 Häusern, gebildet aus sechs unterschiedlichen Stadthaustypen, die mit ihren Fassadenvarianten aus Klinker an die Tradition des historischen Hamburger Stadthauses anknüpfen. Entstanden sind so 42 Wohneinheiten mit ganz unterschiedlichen Wohnungsgrößen, 45 bis 145 Quadratmeter. Trotz der innerstädtischen Lage besitzt jedes Haus einen eigenen Fortgarten mit Eingang zum Haus. Das selbst gesetzte Ziel, dass das Haus im Gebäudebetrieb mehr Energie erzeugt, als es verbrauchen soll, wurde zum Teil durch sehr unkonventionelle Lösungen erreicht, die jedoch beispielgebend für zukünftige Wohnungsbauprojekte sein können. Die hochgedämmte Gebäudehülle im Passivhausstandard reduziert den Heizwärmebedarf so weit, dass die noch erforderliche Energie für die Beheizung über eine Wärmepumpe erzeugt wird. Unterstützt wird die Wärmeerzeugung durch eine Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser der Wohnungen. Der erforderliche Strombedarf, zum Beispiel für die Wärmepumpen, wird durch ein mit Biogas betriebenes Blockreizhaftwerk erzeugt. Das Beheizen der Wohnungen erfolgt über eine Fußbodenheizung. Dieses System kann im Sommer auch zur Kühle eingesetzt werden. Das ist ein wichtiger Hinweis für die Frage, dass wir bei der Bekämpfung des Klimawandels nicht ganz so erfolgreich sind, wie wir sein müssen. Hierfür erforderliche Kälte bzw. Wärme werden über 16 Erdsonden mit Wärmetauschern aus dem Erdreich erzeugt. Zu einem integralen Nachhaltigkeitskonzept gehört auch die bewusste Wahl der Baustoffe unter gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. So wurden überwiegend Bauprodukte eingesetzt, die mit anerkannten Gütesiegeln wie beispielsweise dem Blauen Engel ausgezeichnet sind. Das Projekt wurde durch eine Braugruppe realisiert, die sich selber zur Umsetzung ambitionierter Nachhaltigkeitsziele beim Energiestandard und auch bei den eingesetzten Materialien verpflichtet hat und so ein Vorbild für andere Baugruppen sein kann. Deswegen bitte ich jetzt Jan-Piet Witt vom Studio Witt Architecture & Design auf die Bühne. Auch hier muss ich bitte den Abstand einhalten und Sie müssen sich den Preis selber nehmen. Das ist kein Ausdruck von Unhöflichkeit, sondern vor sich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Herr Witt, herzlichen Glückwunsch. Wie schwer ist der eigentlich? Hi, ja, ich habe es gerade gesehen. Muss man schon was in der Hand halten. Herr Witt, ich habe, genau, wir müssen auch das Mikro nehmen. Haben Sie jetzt, da sind Namen drauf, damit wir auch hier, Sie haben den stattfingenden Namen. Das ist nämlich genau, der sollte an sein eigentlich. Ich gucke nochmal zur Technik, die nickt. Sprechen Sie mal rein. Ja, ist gut. Das funktioniert. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen gehört, es sind viele innovative Lösungen bei Ihnen. Eine ist mir besonders aufgefallen, Abwärmenutzung aus dem Abwasser. Wer ist darauf gekommen und wie sind Sie auf diese vernünftige Idee gekommen? Also die Abwärmenutzung aus dem Abwasser wurde von unseren Haustechnikern oder Energiesysteme schon einmal umgesetzt für eine Restaurantkette, die das heiße Nudelwasser über diesen Wärmetauscher geleitet haben und so die Abwärme zurückgewonnen haben. Und wir hatten dieses Projekt ja bekommen, weil wir in einem Bieterverfahren von der Stadt Hamburg uns um dieses Grundstück beworben haben mit Wettbewerbsteil. Und dort haben wir uns schon verpflichtet, dass wir den Plus-Energiegebäudestandard erreichen wollen. Und das Energiekonzept wurde ja schon beschrieben, ist ja recht simpel eigentlich. Also es gibt die Erdsonden, die die Heizung mit alternativer Energie versorgen. Und dieser Energieverbrauch der Erdsonden wird dann durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach und durch das Biogos-BHKW erzeugt. Und wir haben aber gesehen, dass es unter Umständen nicht ganz reichen könnte, was wir vorgesehen haben. Und dann haben wir die Abwärmerückgewinnung des Abwassers daher schon im Wettbewerbsbeitrag hinzugezogen. Ist das technisch irgendwie kompliziert? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie macht man das? Wie kommt man da dran? Also das ist eine Sonderanfertigung für unser Projekt und das ist eine Kiste, die ist so groß wie dieser weiße Tisch aus Edelstahl. Und das ist von der Firma Arco für uns angefertigt worden. Hochspannend. Wenn Sie solche Ideen haben, die Ideen, die Ziele, kommen die eher von Ihnen oder kommen die von den Bauherren? Ich finde, manchmal gibt es ja auch Baudamen. Also von den Baudamen und Bauherren, wie läuft das? Also in diesem Fall war es ja ein Bieterverfahren. Und wir haben ein Planerteam zusammengestellt. Da gehörten drei Architekturbüros dazu. Also es waren nicht nur Studio Witt, sondern auch Muttlauf-Orte-Architekten und Mouret-Architekten. Und wir hatten dann Haustechniker, Landschaftsarchitekten und ein Büro für Beratung nachhaltiger Baustoffe. Und wir haben dann zusammen, der Wettbewerb hatte schon vorgegeben, dass dieses lange Baufeld, damit es nicht zu homogen wirkt, von drei verschiedenen Architekturbüros beplant wird. Und dann haben wir das alles in einen Wettbewerbsentwurf gefasst und dann das Glück gehabt, dass wir es umsetzen durften. Und da verträgt man sich dann auch in der Vorbereitung? Und wir haben uns alle gut vertragen. Zwei der Architekten wohnen jetzt sogar selbst in dem Projekt. Ach guck, das ist ja schon mal eine gute Zielsetzung. Sie haben es gerade selber gesagt, Sie hatten einen Nachhaltigkeitsberater eigentlich in diesem Planungsteam. Was sicher auch damit zu tun hat, dass das Ganze ja sehr komplex ist. Man muss an sehr vieles denken, sehr vieles zusammenbringen. Würden Sie das ganz grundsätzlich immer empfehlen, so jemanden dazu zu nehmen? Also wir fanden das sehr sinnvoll. Wir haben das Projekt ja auch selbst ausgeschrieben an Einzelgewerke und diese Nachhaltigkeitsberater. Wir haben zu Beginn des Projekts einmal die Kriterien abgestimmt, was wir erreichen wollen. Also da waren zum Beispiel die Dämmstoffe, alle Dämmstoffe der Gebäudehülle hatten entweder den Blauen Engel oder Nature Plus Siegel. Und dann ging es um FOC-Gehalte und Recyclebarkeit von Baustoffen und so weiter. Und wir haben dann unsere Ausschreibungen durch dieses Büro nochmal überprüfen lassen. Und dann natürlich so auch nachverfolgen können, dass das, was wir uns vorgenommen haben, im Endeffekt auch so ausgeführt werden konnte. Also es hilft definitiv, so jemanden im Team zu haben. Das würden Sie wahrscheinlich auch anderen empfehlen, die so vorgehen. Ich würde es empfehlen, ja. Wenn Sie überhaupt jetzt Baugruppen haben und denen was mit auf den Weg geben wollen, solche nachhaltigen Ziele umzusetzen, welche Energiestandards halten Sie denn aus der momentanen Sicht eigentlich für das Minimum? Also wo würden Sie sagen, das muss auf jeden Fall heute? Also im Neubau würde ich schon denken, dass der KfW 40 Standard, also eine sehr gut gedämmte Gebäudehülle, eigentlich das Minimum ist, um auch dann durch den Einsatz von Technik möglicherweise auch den Plus-Energie-Standard erreichen zu können. Denn wir merken bei unserem Gebäude, dadurch, dass die Hülle so gut gedämmt ist, braucht man nicht mehr allzu viel Energie, natürlich auch bei korrekter Nutzung, obwohl man sagen kann, man kann natürlich über wahrscheinlich mehr als die Hälfte des Jahres auch die Fenster einfach aufmachen, wie man will, weil es das Klima erlaubt, aber man darf natürlich nicht im Winter die ganze Zeit dann die Fenster geöffnet haben oder sowas. Aber wir haben natürlich gerade schon das Kühlproblem auch angesprochen, nicht? Kühlen, auch das braucht Energie und wenn man dann irgendwann im Sommer ständig die Fenster aufmacht, dann ist es möglicherweise zu warm. Also das ganze System schon in sich laufend zu halten, ist glaube ich das Vernünftigste. Also man merkt es dann schon selbst, wenn man so wirklich 35 Grad hat oder so und die Fenster auf hat, merkt man, dass es drin wärmer wird, als wenn man die Fenster einfach zuhält, es ist ja eine Lüftungsanlage da und wir haben außenliegende Verschattung und wenn dann noch die Fußbodenheizung umgestellt wird und leicht kühlt, dann ist das schon ein extrem angenehmes Wohnen auch in so einem Gebäude. Ja, ich glaube, da ziehe ich mal ein. Herr Fink, äh, Herr Fink, Herr Witt von den Stadtfinken, so rum. Vielen herzlichen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist Ihr Applaus. Und nun geht es weiter, Herr Messner. Prima. Ja, wir gehen jetzt nach Baden-Württemberg und beschäftigen uns mit der Kategorie Nichtwohngebäude und es geht um einen Fachklassentrakt in einem Gymnasium in Ahlen, dem Gymnasium Schubert. Und in dieser Kategorie geht es als Ausgangspunkt darum, dass ein ehemaliges Nebengebäude dieses Gymnasiums, ein älteres Gebäude gewesen, 1912 erbaut, ersetzt werden musste durch ein neues Gebäude und Denkmalschutz musste berücksichtigt werden. Wir haben ja diesen Punkt eben auch schon mal angesprochen. Wie bringt man modernes Bauen und klimaschutzorientiertes Bauen und menschenzentriertes Bauen mit Denkmalschutz gut zusammen? Das schien uns in diesem Projekt besonders gut miteinander verbunden zu sein. Vier Aspekte spielten eine besondere Rolle in Bezug auf die Preisverteilung. Zunächst mal handelt es sich um ein Null-Energie-Haus. Das haben wir eben besprochen. Die Energiefrage ist ein zentrales Element. Hier wird Thermik eingesetzt, Erdwärme wird eingesetzt und insofern ein ambitioniertes Energiekonzept, das hier entwickelt worden ist, das sowohl das alte Gebäude wie das neue Gebäude und Denkmalgesichtspunkte miteinander verbunden hat. Herausgehoben wurde auch, das ist eben auch schon angesprochen worden, dass es hier eher um ein Low-Tech-Konzept handelt. Also hier haben wir es nicht mit einer hohen Digitalisierungskomponente zu tun, die möglicherweise wiederum energieintensiv ist und schwer zu handhaben, sondern eher einfache Instrumente werden genutzt. Ich habe über Thermik und Erdwärme eben schon kurz gesprochen. Also die Energiedimension hat uns überzeugt oder hat die Jury überzeugt in Bezug auf dieses Schulgebäude in Aalen in Baden-Württemberg. Ein zweites Element, Kühlung. Aus der Klimaschutzperspektive würde man jetzt sagen, das ist die Anpassungsseite sozusagen. Wir haben eben über Energie gesprochen, da geht es um die Emissionsvermeidung. Bei der Kühlung geht es ja darum, dass wir uns anpassen an höhere Temperaturen. Kühlung spielt deswegen eine immer wichtigere Rolle. Und zur Kühlung trägt hier insbesondere bei, als ein Element dieses Kühlungskonzeptes, trägt insbesondere bei einem 45 Meter langen Erdkanal, über dessen Lüftung die Kühlung des Hauses erfolgt, auf eine sehr energieeffiziente Art und Weise. Wir haben so etwas Ähnliches, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in unserem Bürogebäude in Dessau. Da nutzen wir auch diesen Typus von Luftaustauschmöglichkeiten über solche Erdkanäle, um Kühlung im Haus zu erzeugen. Ein drittes wichtiges Element, das diese Konstruktion ausgezeichnet hat oder auszeichnet, das ist die Trennbarkeit der Bauelemente. Das haben wir eben auch gesehen. Frau Essig, Sie haben darüber gesprochen und uns schöne Bilder gezeigt. Wenn man die Trennbarkeit nicht sicherstellt, dann hat man anschließend große Schwierigkeiten, wirklich in Kreisläufen zu wirtschaften. Das war hier ein wichtiges Kriterium des Baus selber. Darüber hinaus ist in dem Bau eine Menge Holz verwandt worden, sodass man eine stärkere Betonung in Bezug auf den Baustoff Holz hier hat. Senke, Herr Brunholt, haben Sie eben angesprochen. Holz kann eine Lösung sein für nachhaltiges Bauen und klassische traditionelle Baustoffe, die klimaschädlich sind am Ende des Tages, ersetzen. Das ist hier beispielhaft gelungen. Das vierte und letzte Element, das ich kurz ansprechen möchte und dann freue ich mich, die Preisträger gleich sehen zu können oder die Preisträgerinnen und die Preisträger gleich sehen zu können, dieses Konzept wurde in einem kooperativen Verfahren, in einem kooperationsorientierten Verfahren entwickelt. Das Planungsteam spielte eine wichtige Rolle, die Bauherren und Baufrauen, Herr Plöger, spielten eine wichtige Rolle, die Nutzer haben eine wichtige Rolle gespielt, die Kommune ist eingebunden gewesen, also ein Gemeinschaftsprojekt auch von der Planungsseite her. Und wenn Sie diese vier Elemente zusammennehmen, dann glaube ich, gibt es gute Gründe, dass hier ein Preis jetzt übergeben wird und ich freue mich darauf, die Preisträgerin oder den Preisträger auf der Bühne zu sehen. Vielen Dank. Applaus Starke Applaus Ja, lieber Herr Liebl, Sie müssen hier gucken, Schule, genau. Das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Ich darf es ja nicht anfassen vorher, weil sonst haben wir es schon vergeigt an der Stelle. Ja, als ich eben diese Schulgebäude gesehen habe, es gibt ja sehr viele Schulgebäude, die auch immer mal wieder im Fernsehen gezeigt werden, wo man das Gefühl hat, oha, nun wird es wirklich Zeit. Wenn Sie da nochmal drauf gucken, was überkommt Sie für ein Gefühl? Also ich glaube, bei Schulen ist es natürlich ein sehr, sehr großes Thema, dass einfach ein großer Sanierungsstau besteht, nachher jetzt schnell ist. Und ich glaube, da liegt natürlich auch ein sehr großes Potenzial drin, dass da künftig sehr viel Energie eingespart werden kann. Vor allem, glaube ich, muss man sich natürlich darüber klaren sein, dass jede Sanierungs- oder jede Baumaßnahme, die die öffentliche Hand jetzt tätigt, eigentlich für die nächsten 30 Jahre ja Bestand hat. Das heißt, man wird natürlich bei diesen neu gebauten oder neu sanierten Schulgebäuden oder Gebäuden generell in den nächsten 20, 30 Jahren keine weiteren Sanierungsmaßnahmen, energetische Verbesserungsmaßnahmen tätigen. Deswegen glaube ich auch, dass es da wichtig ist, heutzutage sehr viel höhere Standards anzusetzen, wie das, was vielleicht von der NF noch gefordert ist. Also schon ein bisschen vorausschauend. Nullenergie-Schule, wurde das Ziel eigentlich auch hier, durch ein bisschen die ähnliche Frage, die ich auch eben Herrn Witt schon gestellt habe, Nullenergie-Schule, wurde das von Ihnen oder vom Wettbewerb formuliert oder wurde das vom Bauherrn formuliert? Wie kamen Sie da zusammen? Also im Rahmen vom Wettbewerb gab es eigentlich keine Vorgabe, dass da ein Energiekonzept zu liefern ist. Wir als Büro arbeiten eigentlich bei allen Wettbewerben mit einem Klimaingenieur zusammen, den wir von Anfang an mit ins Boot nehmen und mit denen wir von Anfang an eigentlich Klimakonzepte, Energiekonzepte, Nachhaltigkeitskonzepte entwickeln. Das ist ein Standard bei uns im Büro, dass wir grundsätzlich so angehen, dass wir jede Aufgabe so angehen, weil letzten Endes hat natürlich eine Nachhaltigkeitskomponente, führt natürlich immer auch zu einer bestimmten Gebäudeform oder kann zu einer bestimmten Gebäudeform führen. Und deswegen glaube ich, dass natürlich so ein Klimakonzept, Energiekonzept bereits integraler Bestandteil eigentlich der ersten Konzeption sein sollte. In diesem Fall war das von der Auslobung nicht gewünscht. Wir hatten das bereits im Wettbewerb vorgeschlagen und der Bauherr fand das Konzept dann wohl auch so gut, dass er das dann auch umsetzen wollte. Ganz offensichtlich. Sie sagen aber selber, dieses Energiekonzept, dieses ganze technische Konzept dieser Schule bezeichnet sich als Low-Tech-Konzept. Was sind die wichtigsten Elemente davon und wo ist der Unterschied zu konventionellen Konzepten? Also ein bisschen haben wir es gespürt, aber wenn Sie das nochmal erläutern. Also wir haben natürlich zunächst mal versucht, das Thema Energie ganzheitlich zu betrachten bei dem Gebäude. Das heißt, wir haben eben nicht nur die Energie betrachtet, die für den Betrieb des Gebäudes relevant ist, sondern eigentlich auch die komplette Energie, die die Nutzer verursachen. Und in der Schule ist es natürlich mittlerweile schon auch so, durch Whiteboards, durch entsprechende Server und entsprechende technische Ausstattung, dass da ein relativ großer Energiebedarf da ist. Und unser Ziel war von Anfang an, inklusive dieses Nutzerverhaltens, inklusive des Nutzerstrombedarfs, ein Null-Energie-Gebäude umzusetzen nachher. Das funktioniert natürlich nur dadurch, dass man eigentlich auch viel Energie gewinnt über eine entsprechende PV-Anlage. Da hat man natürlich immer das Problem, dass man eigentlich im Sommer mehr Energie gewinnt, wie das Gebäude eigentlich tatsächlich im Sommer benötigt. Und im Winter hat man natürlich im Regelfall immer ein gewisses Defizit an Energie. Was uns wieder zum Speicherthema führt. Ich kenne es selbst. In dem Fall haben wir keinen Speicher benutzt, sondern wir haben eigentlich versucht, mit dem bestehenden Altbau, dem denkmalgeschützten Altbau, ein lokales Energienetzwerk aufzubauen. Das heißt, die überschüssige Energie im Sommer, die wir zu viel gewinnen, die schieben wir rüber in den Altbau. Dadurch wird der Altbau energetisch verbessert. Und gleichzeitig bekommen wir im Winter eine geringe Menge an Wärme, die im Altbau sowieso produziert wird, wo die Heizungsanlage entsprechend einfach ausgelegt ist, sodass wir im Winter im Prinzip entsprechend heizen können. Das Thema Low-Tech. Ich glaube, grundsätzlich geht es natürlich darum, dass einfach Räume so konditioniert sein müssen, dass da ein optimales Lernen, Arbeiten, Unterrichten möglich ist. Das ist, glaube ich, mal die primäre Voraussetzung. Und für diese Komponenten haben wir versucht, eigentlich möglichst viele passive Komponenten zu verwenden. Wir haben keine aktiven, technischen Komponenten verwendet, sondern wir haben eigentlich die zur Verfügung stehende Umweltenergie, die bereits vorhanden ist, ausgenutzt. Das heißt, bei der Belichtung werden natürlich möglichst viel Tageslicht ins Gebäude reingeholt durch eine entsprechende Dachform. Man sieht es ja hier auch zum Beispiel. Bei der Heizung haben wir natürlich in der Schule das ganz große Thema, dass wir eigentlich in so einem kleinen 80 Quadratmeter großen Klassenzimmer im Prinzip 30 kleine Heizkörpersitzen haben. Jeder Mensch gibt ja im Prinzip ständig Wärme ab. Das heißt, das haben wir jetzt entsprechend berücksichtigt. Es wurde vorher angesprochen, dass wir einen Artkanal haben, über diesen Artkanal, in dem die Zuluft erfolgt, wird im Sommer die Luft um circa 5 Grad gekühlt. Das heißt, wir haben da einen Kühleffekt im Sommer, der einfach nur natürlich durch passive Maßnahmen erfolgt. Und gleichzeitig erfolgt im Prinzip im Winter auch eine entsprechende Vorwärmung um auch circa 5 Grad, sodass die kalte Luft von außen auch entsprechend vortemperiert wird. Ein weiterer wichtiger Punkt bei diesem Low-Tech-Konzept ist die Frage der Kühlung, der sommerlichen Gebäudekühlung. Wir haben keine aktive Kühlung im Gebäude drin. Die Kühlung erfolgt eigentlich ausschließlich über einerseits den Artkanal, andererseits über die entsprechende Speichermöglichkeit, die massive Bauteile, Betonbauteile in dem Fall haben. Das heißt, wir haben versucht, nicht die richtige Mischung zu finden zwischen Holzbau und Massivbau, dass wir innerhalb dieser massiven Bauteile im Sommer die Wärme speichern können. Die Wärme, die dann tagsüber gespeichert wird, die wird nur über eine entsprechende Nachtlüftung wieder abgelüftet und das Gebäude wieder ausgekühlt. Und diese Nachtlüftung erfolgt wieder ausschließlich auf natürlichen Prinzipien, indem wir die natürliche Thermik nutzen. Irgendwie High-Tech, Low-Tech, muss ich sagen. Mir gefällt es. Letzte Frage, wie man im Fernsehen immer so schön sagt, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das wäre die Stelle, müssen denn Lehrer und Schüler, jetzt mal unabhängig von Corona, was sich ja nochmal natürlichen Effekt hat, aber müssen Lehrer und Schüler ihr Verhalten jetzt auch im Alltag ändern in Nutzung dieses Gebäudes, um nicht kontraproduktiv unterwegs zu sein? Also grundsätzlich sicherlich nicht. Ich meine, es wurde schon mehrfach angesprochen. Und ich glaube, ein entsprechend richtiges Nutzerverhalten, das ist bei jedem Gebäude Voraussetzung, dass es nachher einigermaßen sinnvoll und energetisch sinnvoll auch funktioniert. Aber Lehrer und Schüler können nach wie vor die Fenster öffnen, wenn sie mehr Frischluft haben wollen. Die können nach wie vor Licht ausmachen, anmachen. Die können Jalousien rauf und runter fahren. Also im Prinzip können sie das Gebäude genauso nutzen, wie sie es eigentlich gewohnt sind nachher. Aber wir haben da im Prinzip eine Sicherheit eingebaut. Am Ende jeder Unterrichtsstunde fährt das Gebäude automatisch auf den optimalen Zustand zurück. Also Jalousien fahren runter, Fenster gehen zum Beispiel zu oder Lüftung wird reduziert, je nachdem. Sodass da im Prinzip einfach eine gewisse Sicherheit nachher da ist. Das finde ich eine sehr gute Maßnahme, weil ich weiß genau, was in der Schule alles so nicht passiert. Also das ist gut, wenn das der Automat macht. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, Herr Liebel. Nochmal Ihr Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Vergessen Sie Ihren Preis nicht. Vielen Dank. Ja. Wir kommen jetzt in die Preisträgerkategorie Quartiere und gehen zurück nach Berlin und wir prämieren das Quartier Wir, groß geschrieben, W-I-R, das Quartier Wir. Und in dieser Kategorie der Quartiere ging es in eine Kombination, was die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger angeht. Geht auf der einen Seite die Energiedimension natürlich zu betrachten, dann die gemeinsamen Infrastrukturen eines Quartiers anzuschauen und dann auch einen besonderen Wert zu legen auf die Konzeptfindung und auf die Konzeptentwicklung. Also wer war daran beteiligt und wie konnte Beteiligung stattfinden und wurde Beteiligung organisiert. Das Quartier, um das es hier geht, in Berlin-Weißensee, besteht aus fünf Mehrfamilienhäusern mit circa 250 Bewohnern insgesamt. Und es erfüllt die Ansprüche, die hier formuliert worden sind, aus unserer Perspektive vorbildlich. Wir haben es mit einer gemischten Trägerschaft zu tun. Der Bauträger und eine Genossenschaft haben hier zusammengewirkt und das Quartier wurde im Frühjahr diesen Jahres fertiggestellt. Vier Aspekte sind besonders wichtig, die ich hervorheben möchte. Das erste ist jetzt nicht der energetische Aspekt, sondern der erste Aspekt, mit dem ich anfangen möchte, ist ganz bewusst der ganzheitliche Ansatz der Planung, der Partizipation. Die Bewohnerinnen und Bewohner, zu denen ich gleich noch etwas sagen möchte, die Bewohnerinnen und Bewohner und auch die Anwohnerinnen und Anwohner des Quartiers haben an der Entwicklung, der Grundstruktur und der wesentlichen Entscheidungen, die dann zu dem Bau selbst geführt haben, mitwirken können. Und hieran waren auch viele Ehrenamtliche, Engagierte beteiligt. Und das war uns besonders wichtig, dass hier Beteiligung von Menschen stark im Vordergrund gestanden hat. Der zweite Punkt, den ich nennen möchte, und auch hier werden Sie sehen, sind wir noch nicht bei der Umwelt im engeren Sinne angelangt. Der zweite Punkt, der in diesem Projekt besonders vorbildlich ist und besonders erwähnenswert, ist das, was man üblicherweise soziale Koalition, Gemeinschaft, das Zusammenleben in einem Quartier oder mit dem Zusammenleben in einem Quartier umschreibt, die soziale Dimension des Wohnens. Und hier ist es besonders wichtig zu betonen, dass in einem Teil der Gebäude mit Jugendlichen gearbeitet wird und Jugendliche und Kinder wohnen mit einem sehr hohen Betreuungsaufwand und dass in einem der Wohnhäuser eine Demenzwohngemeinschaft geplant ist. Wir haben ja in vielen Städten das, was wir in der technischen Sprache Segregation nennen, vor Augen, wo viele gesellschaftliche Gruppen sich gar nicht mehr treffen in ihren Quartieren. Hier haben wir also das, was man Durchmischung nennt, dass sich Menschen unterschiedlicher sozialer und auch kognitiver Fähigkeiten treffen und gemeinsam ihr Leben gestalten können. Das war uns hier besonders erwähnenswert. Das dritte Element ist dann natürlich die energetische, vorbildliche Ausstattung des Hauses, der Gebäude im Plural. Die Gebäude orientieren sich alle an den KfW-Effizienzhausstandards 40, von denen wir eben schon gehört haben. Und die Fassade und die Art und Weise, wie Fassade dazu genutzt worden ist, Dämmung zu betreiben, die hat uns besonders stark überzeugt. Das vierte Element ist dann das Klima in diesem Quartier. Jetzt das Klima im Sinne von Luftqualität. Und diese Luftqualität wird vor allen Dingen dadurch erzeugt, dass eine extensive Dachbegrünung vorgesehen ist und eine Begrünung insgesamt des Quartiers, sodass hier Durchlüftung und Säuberung der Luft und gute Luft ein Element ist, das uns besonders wichtig gewesen ist. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ein wirklich gelungenes Projekt, das Quartier wir. Applaus Das klappt doch immer besser. Jeder nimmt auch sofort entschlossen den Preis. Ja, Frau Lüttgers, Sie sind Direktorin der UTB Projektmanagement GmbH. Das muss man relativ erstmal üben, bis man das sagen kann. Ihre Hauptaufgabe ist dabei dann welche? Vor allem die Projektentwicklung zu betreuen von neuen Projekten und alles, was den Blick nach vorn unserer Unternehmung angeht. Ein Blick nach vorn zum einen, aber auch das, was Dirk Messner gerade gesagt hat und was mich auch nochmal sehr beschäftigt hat, Jugendliche sind dort, die dort wohnen. Es sind natürlich Erwachsene, es ist die Demenzwohngemeinschaft, es sind Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, es sind auch, soweit ich gehört habe, auch Flüchtlinge, die man da unterbringen kann. Also eine sehr heterogene Kombination von Menschen, die dort wohnen. Gibt es da im Vorfeld oder auch während des Wohnens dann irgendwie eine Partizipation untereinander und wie sieht das aus? Ja, also wir als Projektentwickler, wir gehen natürlich immer mit einer Idee in ein neues Projekt und das betrifft halt auch die Programmierung. Und uns ist einfach wichtig, den Fokus auf eine bedarfs- und nutzungsgerechte Entwicklung eines Quartiers zu legen. Sie haben es aufgezählt, welche Nutzungsformen wir alle in dem Projekt haben und das schaffen wir natürlich nicht alleine. Damit bedienen wir uns an Beteiligungsformaten, das ist neben Informationsveranstaltungen natürlich auch für die Nachbarschaft. Wir haben mehrere durchgeführt in der benachbarten Schule und aber auch dann mit den zukünftigen Bewohnern und Betreibern, soziale Träger direkt von Anfang an mit eingebunden, um hier auch Interessen und Bedarfe zu bündeln, die wir direkt mit in der Planung integrieren konnten. Und spüren Sie jetzt auch, wenn Sie es so von außen betrachten, eine größere Nähe, ein engeres Miteinander zwischen den Menschen? Hat das auch in der Richtung positive Auswirkungen? Absolut. Also während des Planungsprozesses hat sich ja schon, ich sag mal, so ein kleiner Beirat gegründet, wo hintereinander immer schon wieder der Austausch stattgefunden hat. Das befruchtet natürlich jetzt auch zum einen die Identifikation mit dem Quartier selbst und jetzt auch im Bewohnen des Quartiers. Also es ist eine sehr große Lebendigkeit zu spüren. Auch generationenübergreifend etc. Toll. Das ist ja auch eine Entwicklung, die wir in unserer Gesellschaft eigentlich uns wünschen. Und wo wir manchmal in den Städten, in hohen Gebäuden schon staunen, wie viele Menschen sich eigentlich nicht mehr kennen. Und insofern ist das erfreulich. Bei Quartieren ist das Mobilitätskonzept für die Wohn- und Aufenthaltsqualität ja auch eine wichtige Geschichte. Gibt es da spezielle Besonderheiten? Ich habe zum Beispiel gesehen und gelesen, Fahrradgarage mit Aufzug, finde ich sehr gut. Ja, wir können natürlich bei einer Quartiersentwicklung den Individualverkehr nicht wegdenken. Uns war aber wichtig, dass wir die Außenräume, die wir haben als Begegnungsräume, für die Bewohnenden zu breithalten. Und so haben wir zwei Tiefgaragen für PKWs gebaut, die auch E-Mobilität zulassen mit Ladesäulen etc. Aber vor allem der Fokus aufs Fahrrad ist hier gegeben. Wir haben eine große Fahrradgarage mit einem extra Aufzug, sodass auch die Fahrräder mit den Anhängern ganz komfortabel in diese Tiefgarage nutzen. Und die Außenräume nicht für Parkplätze jeglicher Art zur Verfügung stehen müssen. Das ist durchaus vernünftig. Wir wollen ja auch neue Konzepte. Wir wollen es ja in der Stadt auch ein bisschen anders haben. Da muss man es ja auch so ein bisschen gestalten. Hybridbauweise. Also Sie haben ein bisschen das Ähnliche, was Herr Liebel gerade bei seinem Schulprojekt ja auch gehabt hat. Kombination Holz-Beton, das ist alles zusammen. Die Vorteile haben wir ja schon ein bisschen gehört, auch im Vortrag von Frau Essig. Gibt es bei Ihnen auch die Erkenntnis, dass es für den Nutzer spezielle Vorteile hat, diese Kombination? Für den Nutzer haben wir vor allem festgestellt, durch die Holz-Hybridbauweise, dadurch, dass wir mit dem Holz auch einen relativ hohen Grad der Vorfertigungstiefe haben, für Wand- und Deckenelemente mitsamt der Fenster, dass wir hier eine doch recht zügige Bauzeit realisieren konnten. Das ist natürlich nicht nur für den Nutzer erfreulich, weil er dadurch schneller in seine neue Wohnung kommt, sondern auch für die Nachbarschaft, die dann weniger von oder kürzere Zeit von der Lärmbelästigung betroffen ist. Welche Maßnahmen im Quartier sorgen eigentlich für den Erhalt und tragen zur Verbesserung des Stadtklimas und des Mikroklimas bei? Thema Versiegelungsgrad, ich hatte das selber am Anfang ja ein bisschen ausgeführt in meinen ersten Worten, auch Regenwasser-Zurückhaltung, haben Sie sowas auch mit beachtet? Ja, das war uns natürlich auch wichtig. Wie ich sagte, mit dem Mobilitätskonzept hat es angefangen, dass wir die oberirdischen Flächen eben den Menschen zur Verfügung stellen, in den Bewohnern und damit auch möglichst viel Spielflächen, aber auch Grünflächen in den Innenhöfen schaffen können. Und das, was eben dann noch notwendig wird, wir haben für die Versickerung des Regenwassers auch Regolensysteme eingebaut, die eben dann sukzessive die Einleitungsbeschränkungen entlasten und auch die extensive Dachbegrünung mit integriert. Das wurde, glaube ich, schon benannt anfänglich. Ja, nein, sehr schön. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Transformation jetzt wirklich einleiten und dass wir auch spüren, was sich geändert hat durch den Klimawandel. Da ist er wirklich sehr, sehr haptisch an der Stelle, wo wir früher immer gesehen haben, Wasser muss weg, wenn es da ist und jetzt heißt es, Wasser müssen wir zurückhalten. Also so haben sich auch die Rahmenbedingungen verändert. Frau Lüttkes, vielen herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vergessen Sie Ihren Preis nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir die vier Preisträger geehrt. Sie haben ihren Preis mitgenommen, aber wir möchten noch etwas tun oder vielmehr Herr Pronold und Herr Messner möchten es tun. Nun, wir haben ja auch noch die Erwähnung der Anerkennung, also quasi einen Anerkennungspreis, denn es gab ja so viele Projekte in dem Wettbewerb, die man eigentlich alle erwähnen kann und deswegen gibt es hier nochmal eine wunderbare Auswahl. Bitteschön. Ja, Herr Plöger, Sie haben richtig eingeleitet. Wir hatten so viele tolle Projekte und haben uns überlegt, ob wir lauter erste Preise vergeben. Dann haben wir gedacht, auch wenn derzeit die Inflation niedrig ist, sollte man beim Preis nicht inflationär sein, aber es wäre trotzdem schade, wenn man so viele tolle Ideen unerwähnt lässt und deswegen wollten wir noch einige Anerkennungen aussprechen. Die erste geht an die Umweltstation in Würzburg. Diese hat als erstes öffentliches Bauvorhaben in Bayern die Verwendung von Recyclingbetonen realisiert. Auch das haben wir vorher im Vortrag gehört und übrigens, wenn ich das zwischendurch sagen darf, ich beschäftige mich nun erst einige Jahre mit dem Thema Mantelverordnung und Ersatzbaustoffeverordnung. Das liegt derzeit im Bundesrat. Wir arbeiten schon 14 Jahre an diesem Projekt und damit das keine unendliche Geschichte wird und es vorangeht, auch mit dem Thema des Einsatzes von Recyclingbaustoffen, müssen wir da unbedingt weiterkommen. So ein Hinweis, der Bundesrat ist ja nicht weit weg, in diese Richtung, weil wir dadurch tatsächlich nachhaltiger werden. Dadurch kann der Anteil, also in dem konkreten Projekt in Würzburg, der grauen Energie entscheidend reduziert werden. Auch die innovative Verwendung eines Eisspeichers zur Beheizung und Kühlung besitzt eine Vorbildwirkung für andere Bauherren. Die Umweltstation dient also nicht nur als Modellprojekt und Anschauungsobjekt für nachhaltiges Bauen, sondern ist auch ein Fortbildungsstandort. Das zweite Projekt, das wir noch nennen möchten, das ist ein Neubau der Stadtwerke Neustadt in Holstein. Und auch hier hat uns besonders das Materialkonzept überzeugt und interessiert. Bei der Materialauswahl und bei der Baustoffauswahl wurden fast ausschließlich gebrauchte Bauteile, darüber haben wir eben auch schon mal was gehört, Recyclingbaustoffe und nachwachsende Rohstoffe benutzt. Und insofern ist es ein wunderbares Beispiel, wie Kreislaufwirtschaft mit Bauen verbunden werden kann. Das Projekt wird durch die Bundesstiftung Umwelt begleitet, durch ein Forschungsprojekt, das sich anschaut, wie das funktioniert, wie Kosten gesenkt werden können, was wir daraus lernen können, wenn man so etwas upscalen könnte. Also ein wunderbares Projekt, herzlichen Glückwunsch dafür. Ebenfalls von der DBU begleitet wird das nächste Projekt. Das ist vom Münchner Stadtrat 2005 in Auftrag gegeben worden, nämlich die Errichtung einer ökologischen Mustersiedlung in Holzbauweise. So entstand die heute ausgezeichnete Mustersiedlung mit den bereits festgestellten sechs von acht Projekten mit 566 Wohnungen, also fertiggestellten Wohnungen, bereits in der Konzeptausschreiben wurden Mindestwerte für die Masse an verwendeten nachwachsenden Rohstoffen gefordert. Entstanden sind so verschiedene Holzbauprojekte vom Hybridbau bis zum reinen Holzhaus mit bis zu sieben Geschossen. Auch dieses Bauvorhaben wird von dem DBU-Forschungsprojekt begleitet und untersucht, unter anderem welchen Einfluss Bauen mit Holz im Rahmen des Klimaschutzes auf nationaler Ebene haben kann. Und es ist die ökologische Mustersiedlung Prinz-Eugen-Park in München. Applaus Das vierte Vorhaben, das wir besonders hervorheben möchten, das sind die Nassauischen Heimstätten in Frankfurt am Main. Und hier geht es um einen Gebäudekomplex, der in den 50er Jahren errichtet worden ist. Es geht also um Sanierung. Das ist ja ein Thema, das wir heute auch schon einige Male angesprochen haben. Wir haben heute viele Neubauten gesehen, sollten aber nicht vergessen, dass insbesondere die Sanierung vorangebracht werden muss. Über die energetische Sanierung haben wir gesprochen. Hier müsste die Sanierungsquote verdoppelt werden. Hier haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Sanierung stattfinden kann, aus einer klugen energetischen Perspektive. Hier spielt Photovoltaik eine sehr wichtige Rolle. Und zugleich hat hier im Prozess der Sanierung Nachverdichtung stattgefunden. Und zugleich eine Verbesserung der Lebensqualität durch eine Neuausrichtung des Umfeldes des Gebäudes selbst. Und das hat uns ganz besonders gut gefallen. Im Rahmen der Sanierung ist der Mieterstrompreis gesunken. Das ist ja auch sehr interessant. Also Sanierung energetischer Art muss kein Luxus sein. In diesem Fall hat es die Mieter sogar entlastet. Und diese Kombination von Faktoren, die zusammengenommen führen dazu, dass wir hier einen Preis oder eine Anerkennung aussprechen wollten, die uns sehr wichtig ist. Die fünfte Anerkennung geht an das Verwaltungsgebäude der RAG AG in Essen. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes der RAG Stiftung und der RAG AG auf dem Gelände Zeche Zollverein in Essen repräsentiert mit den realisierten Zielsetzungen alle Aspekte eines zukunftsfähigen, nachhaltigen Gebäudes. Das Projekt ist Teil eines Forschungsprojektes, mit dem die zukünftige Nutzung des Gebäudes als Rohstofflager untersucht wird. Auch dazu haben wir heute einiges gehört. Die Gestaltung der Dachflächen als begrünte Dachlandschaft unterstützt die Biodiversität am Standort. Das war der Grund, warum wir auch hier eine Anerkennung aussprechen. Die sechste Anerkennung geht an das Recyclinghaus in Hannover. Und wie der Name schon sagt, Recyclinghaus in Hannover. Hier wird fast ausschließlich mit Recycling- und Gebrauchsmaterialien gearbeitet und das Potenzial aufgezeigt, auf dieser Grundlage sehr hochwertige Gebäude zu errichten und auszugestalten. Und deswegen ist dies ein besonders herausragendes Beispiel für Kreislaufwirtschaft im Bauen und deswegen unsere Anerkennung. Die siebte Anerkennung geht an das Hofgut Erla in Treben. Das Hofgut Erla konnte im Rahmen des Projekts Sonnenscheune eindrücklich vorführen, wie historische und denkmalgeschützte Gebäude mit einer hohen energetischen Zielsetzung saniert werden können. Das Projekt Sonnenscheune demonstriert, wie im Zuge einer Umnutzung unterschiedliche Ziele, Sicherung der historischen Bausubstanz, ökologische Bauweise, hohe energetische Standards, Passivhausstandard in dem Fall, Behaglichkeit und vieles mehr, miteinander vereint werden können. Das Projekt kann zukunftsweisend für energieeffizientes ländliches Bauen sein und zeigt, dass die oben genannten Ziele miteinander verträglich sind. Herzlichen Glückwunsch auch hier. Ja, und damit haben wir neben den vier Preisträgern sieben Anerkennungen vergeben. Mir bleibt es, Ihnen allen zu danken. Dir, lieber Dirk Messmer, unserer Vortragenden, Frau Professor Essig, Ihnen, Herr Blöger, als Moderator und allen, die im Hintergrund und in der Jury an dieser Verleihung mitgearbeitet haben, die, die nicht zu sehen sind, das ist wie bei Gebäuden auch, vieles funktioniert nur, obwohl es nicht zu sehen ist. Und deswegen denen, die heute nicht zu sehen waren, ein besonderes herzliches Dankeschön für die tolle Arbeit, die hier mit diesem Preis auch verwirklicht worden ist. Und ich wünsche und hoffe, dass wir tatsächlich Anstöße gegeben haben und es viele Nachahmerinnen und Nachahmer gibt. Wir, glaube ich, konnten heute aufzeigen, wie viel schon möglich ist. Und ich bin mir sicher, dass wir damit die Werkzeuge geliefert haben, um auch an einer nachhaltigen Zukunft zu bauen. Herzlichen Dank. Ja, lieber Herr Messner, lieber Herr Pronold, auch von meiner Seite als Moderator des heutigen Tages nochmal ganz herzlichen Dank. Herr Pronold, ich war übrigens letzte Woche mit meiner Frau in Niederbayern. Ist schön da. Also, die ganz großen Städte sind teilweise nicht in Niederbayern, aber da ist ganz viel schöne Landschaft. Also, wir sind von Deggendorf dann Richtung Südosten gefahren, waren da auch an der tschechischen Grenze. Baumwipfelfahrt, sehr schöne Sachen, die es dort gibt. Naturpark Bayerischer Wald, auch toll und spannend, aber Passau ist auch dort, Deggendorf, Straubing. Also, eigentlich die bedeutendsten Städte Bayerns liegen alle in Niederbayern. So habe ich es ganz selbst empfunden. Jetzt können wir noch ein bisschen schwelgen. Also, nochmal von meiner Seite an Sie beides ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen Teilnehmern. Die Veranstaltung ist in Sachen Livestream fast beendet. Denn einen Hinweis möchte ich gerne noch geben. Die Videos aller Preisträger, und zwar sowohl derer als auch der Anerkennungspreise, die wir gerade nochmal zu Gehör bekommen haben, sind auf dieser Webseite, wo Sie jetzt streamen vom UBA, also tatsächlich einsehbar. Viel Vergnügen damit. Ich sage nochmal ganz herzlich Dankeschön und toi, 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 bis dann. Ciao. Tschüss. So, jetzt sind wir kurz außerhalb des Livestreams und es geht natürlich einfach weiter. So ist das bei Veranstaltungen. Das Wichtige ist jetzt, dass nochmal Fotos gemacht werden mit Herrn Messner. mit Herrn Messner. Vielen Dank.